Hier. Di, 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 di. So, ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle heute. So, YouTube ist auch an, sehr gut. Yes. Okay, Leute. Ja, zweiter Tag Rebirth. Es war schon super exciting gestern. Ich war fast schon ein bisschen überfordert von all dem Kram, den wir direkt am Anfang des Spiels schon entgegengeworfen bekamen. Aber ja, ich habe mich noch so ein bisschen eingespielt. Offstream in das neue Kampfsystem. So ein bisschen diese Synchro-Sachen ausprobiert und so weiter. Was es da jetzt Neues gibt. Aber ich habe nicht weitergespielt, also keine Angst. Aber ja. So, was noch? Es gab noch was zu erzählen. Ach ja. Genau. Da das Spiel auf Leistung leider zwar sehr schnell läuft, mit 60 FPS, aber teilweise doch sehr verwaschen aussieht. Also da waren die... Da hatte Chat gestern auf jeden Fall recht. Wir machen es jetzt so. Wir spielen in Qualität. Ich muss wahrscheinlich am Ende für irgendwelche Superbosse oder so muss ich wahrscheinlich umswitchen. Damit ich einfach ein bisschen mehr FPS habe. Aber das Spiel, weil es so fucking wunderschön ist, wir spielen es einfach in Grafik mit 30 FPS. Und deswegen, schlaue Leute haben es vielleicht schon gemerkt, hier live, der Stream steht heute auf 30 FPS. Denn es ergibt ja keinen Sinn, wenn ich in 60 FPS streame, aber nur in 30 FPS spiele. Deswegen 30 FPS Stream für Rebirth. Und dementsprechend sollte der Stream jetzt aber auch mega gut aussehen. Wir sollten da gar keine Probleme kriegen mit Partikeleffekten und so weiter. So. Dann legen wir mal los. Hier haben wir gestern aufgehört. Ähm, genau. Giga Chatley hat uns gerade hier die Türme erklärt. Und, äh... Es gibt wohl auch einen Kampf gegen... ...Titon? Dem würde ich doch direkt anfangen. Titan. Äh, Titan. So, genau. Also hier unten diese ganzen Tutorial-Missionen, sag ich mal. Die habe ich gestern noch gemacht, um mich so ein bisschen einzufühlen in das neue Kampfsystem. Auch in die neuen Charaktere. Oder den neuen Charakter. Und, ähm... Ja, nichts Wildes. Einfach nur so ein bisschen Basic-Zeug. Ihr seht, die gehen alle nur so eine Minute lang. Ähm... Ich habe auch die Waffen-Abilities gelernt. Die ich bisher habe. Damit das auch schon mal aus dem Weg ist. Aber ja, Titan habe ich mir natürlich aufgehoben für den Stream. Damit legen wir jetzt direkt los. Ähm... So, was haben wir hier? Gegenstände dürfen nicht eingesetzt werden. Finde ich gut. Ähm... Stufe übrigens steht hier auf Auto. Das heißt, das ist diese dynamische, äh... Schwierigkeitsstufe, die es anscheinend auch in den Einstellungen gibt. Boah, der sieht ja krass aus hier. Uiuiui. Äh... Vielleicht im Abschluss eines Esper-Kampfs. Im Kampf-Simulator erhältst du die Beschwörer-Materia der besiegten Esper. Falls sich der Schwierigkeitsgrad als zu hoch herausstellen sollte... Bitte. Bitte. Hast du die Möglichkeit, die Esper-Kristalle jeder Region zu analysieren und die Esper im Kampf-Simulator auf diese Weise zu schwächen? Oh. Oh. Oh, ist das vielleicht sogar gewollt? Ist der vielleicht so krass, dass das gar nicht geht, oder? Okay, interessant. Aha. Also, ich fände es cool, wenn ich das schaffe mit voller Stärke. Mal gucken. Hm. Cloud und Waifus. Ich bin gespannt. Titan volle Stärke machen. Dann zeig mal her, was du kannst. Okay. Ähm, okay. Hahaha. Musik ist cool. Steingar. Der hat sogar schon Gas. Okay. Ich mach dem 0 Damage. Okay, dass es so krass ist, hätte ich nicht erwartet. Wir machen mal Analysen. So, wirksam. Okay. Luft ist gut gegen ihn. Mhm, okay, okay, okay. Um diesen riesen Schock anfällig zu machen, kannst du entweder seine elementaren Schwächen ausnutzen oder kontern, nachdem du eine bestimmte Technik geblockt hast, beziehungsweise ausgewichen bist. Zerstöre seine Barriere, um den schockanfälligen Zustand zu verlängern. Aha. 18.000 HP. Hat hier irgendwer Luftbrot? Hast du ja jemanden? Jetzt ist er schon anfällig. Joa. Trüo. Jahrhä. Jep. Jahrhä. Jahrhä 3. Jep. Wie, ich sage nichts. Jep. M-Jeponem tiposche ricke cache sie, viele holes in handful sind. Schlt zu ca. Jep. Sosaade. Äh Universe unter gegas. Ich muss noch ein bisschen was mit tiefer machen, den krieg ich nämlich Zynchro. Das Problem ist momentan echt, wie viel Damage da raus wird. Also das ist so, wie es sein wird, oder? Okay. Okay, wenn ich noch eine Sache mit ihr mache, habe ich auch Zynchro. Zynchro, okay, Blütensturm. Hat der das, hat der das gerade einfach gekontert? Okay. 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 Ja, ich gebe zu, der ist stark. Es ist lustig, weil wir gerade den Yuffie DLC genauso aufgehört haben, mehr oder weniger. Genauso geht es auch weiter. Okay. Okay, Moment. Moment. Also, er ist schwach gegen Wind. Schwach gegen Wind. So, sie hat auf jeden Fall Wind. Kann ich das noch irgendwie verstärken? Verstärken. Genau. Ich hatte doch... Ups. Genau. Ich hatte doch so eine Verstärkungs Material. Oder habe ich den nicht mehr? Oh, die hatte ich. Oh, die hatte ich. Die hatte ich nur in der Vergangenheit. Äh. Schade. Äh. Vielleicht kann ich es auch mit einem Tank probieren. Ja, genau. Also, da der ja... Der scheint ja auf jeden Fall sehr stark gegen physischen Damage zu sein. Wenn ich vielleicht tiefer raushole. Und mache stattdessen den guten Red rein. Der kriegt dann auch den Lederreif, weil mehr, mehr physisch. Okay. So. Luft brauchen wir. Aerith hat auf jeden Fall schon Luft. Gebe ich ihm auch noch Luft. Wobei, vielleicht sollte er Tank-Sachen haben. Ah. Ba, 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 ba. Ich gebe ihm ein bisschen mehr Lebenspunkte. Diffy! Hallo, hallo. Es geht weiter, es geht weiter. Ich überlege, ob ich sogar vielleicht Gebet mit rein mache. Einfach um so ein bisschen mit zu heilen. Ich mache mal Gebet mit rein. So. Jetzt haben wir hier unseren Tank quasi. Und dann Cloud als so Allrounder und Aerith natürlich als Magic DPS. So. Das ist übrigens auch mein Team 3. Ich habe auch meine Teams jetzt schon festgelegt. Hier Team 3. Das ist genau das. Lass ich Cloud als Anführer. Plasma spenden. Oh. Finde ich sehr gut von dir. Finde ich sehr gut von dir. Leute wie du haben mich damals gerettet. Ich mache Red als Anführer, weil er ist Tank. Ich probiere mal, ob ich mit ihm so ein bisschen klarkomme. Ich habe ihn gestern schon mal kurz ausprobiert. Und äh. Spielt sich sehr cool finde ich. Gerade so als Main Tank. Jede Woche zweimal sogar. Holy fuck. Das ist krass. Oh, gut. Chetly Combat Simulator. So. Ich probiere es nochmal. Ich will mal gucken, wie gut das ist, wenn ich mehr probiere mit Luft zu zaubern. Ob ich dann vielleicht eine Chance habe. Momentan sieht das aber echt aus, als wäre der ziemlich krass. Wobei, der Level ist aber auch gesynkt. Also es ist, ich glaube es ist schon machbar, dass ich das irgendwie schaffe. Schockanfällig, okay. Du 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 du. Möbel Fänger. Perfect Parry. Perfect Parry. Und dodgen. Und dann Aero. Nice. Okay. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass... Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht... Es gibt mir aber gar keine Pause hier. Dass ich vielleicht, wenn ich ihn in Schock reinkriege, dass ich dann ein bisschen mehr Damage machen kann. Oh, Slick? Schade, dass ich noch keinen Engel habe. Nein, lass sie... Lass doch die Frau in der Ruhe. Bitte dich. So, jetzt ist er unter Schock. Bei weitem noch keine Zynchro-Fertigkeit, really. So, Achtung, jetzt kommt hier die Kombo. Diese Attacke bringt mich nämlich in die Luft. Und Mutangriff kann man aus der Luft heraus machen. Und der wird dann stärker. Oh, der hat beide Blitzen. Er braucht jetzt zwei. Okay, okay, whatever. Flammenblitz. Ich mache immer noch null Damage. Oh, Schade. Hier geht's. Oh, und dann kriegt er mich nicht. Du, 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 du. Kriege ich den raus, wenn ich Ero mache? Ja. Gut Job, gut Job. Ja, jetzt ist er leider tot. Oh, fuck. Oh, fuck. Hilfe. 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 Hilfe! Hilfe! Bless them with your love and grace! With your love and grace! I'm feeling pretty weak. I've been dying to see you! Ist alles gut, ich bin sicher ich schaffe das Solo mit Aerith. War kein Problem. Imposante Unterstützung, oh. War das meine erste Beschwörung? Ja, alles gut, ich muss einfach nur immer perfekt alles parieren. Let's go, Leviathan! Ah! Meint ihr, ich schaff das? Meint ihr, das geht? Meint ihr, das kriegen wir irgendwie hin? Ich muss besser parieren. Ich muss einfach nur besser parieren. Das ist wie fucking Dark Souls. Ja, Perfect Parry, okay, perfekt. Wenn ich das jetzt einfach immer schaffe, dann ist alles gut. Stein. Ja, toll. Perfect Parry. Lass dich nicht werfen. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mächtige Abwehr. Mächtige Abwehr. Okay, Limit Break. Mächtige Abwehr. Bin Okay. Ein Konter. Komm her, du dicker Mann. Komm her. Oh, jetzt geht er auf die anderen. Hey, hier spielt die Musik. Ich bin der Tank. Come on, Mann. Let's do this. Wie er halt instant direkt auf sie geht. Kaum gewechselt, denkt er sich so... Oh, da ist der Spieler. Okay. So. Ha, krasser Trick, oder? Sie kann sich nämlich jetzt... Mit der neuen Funktion kann sie sich nämlich in den Kreis zurück teleportieren. Das ist wie fucking Black Mage in FF14. Geh auf! Mein Turnier. Komm her, lass uns das machen. Wir müssen sich bemerken. Lass uns das finishen. Ich versuche es. Bereit oder nicht, hier komme ich. Ja, aber ich kriege echt kaum Damage rein, irgendwie. Synchro. Null Damage. Schack, null Damage. Great. All right. Got you. Wow. I want to hear how you turned out to be. Alles? Okay. Also man kann damit schon viel rausreißen, mit dem, äh, mit diesem, äh, ja, Perfect Parry, aber es ist schon, es ist schon, äh, wild. Es ist schon wild. Ich bin mir sicher, es geht irgendwie mit so richtig krassen, mit dem Setup oder so. Aber mir fehlen auch noch so, mir fehlen auch noch so ein paar, ähm, Materia, die wirklich einen riesigen Unterschied machen würden. Bye, Leute mal. So ein paar Sachen könnte ich doch noch probieren. Könnte ihm, statt Gebet, könnte ich ihm das effiziente Blocken geben. Und, statt Luft, die präzise Abwehr. Und dann, was haben wir hier? Heilt beim Aktivieren der Recherhaltung TP. Das könnte auch gut sein. Ich, ich, ich sehe jetzt schon, dass das richtig geil wird, so von der Customization her auf jeden Fall später. Da haben wir so richtig viele Möglichkeiten, ähm, einfach so total wilde Kombos zu machen. Da, di, da. Di, du, ba, di, bu, di, bi, bi, bu, ba, bi, bi. Verlängert die Erscheinungsdauer des Magiekreises. Ja. Feuer benutzen wir nämlich eh nicht. Okay, so ein paar, so ein paar Optimierungen kann ich auf jeden Fall noch reinhauen hier. Äh, dann gebe ich Cloud das andere Luft. Den TP-Boost. Ich weiß nicht, ob sich Feintechnik daran lohnen würde. Ich habe eine Feintechnik, aber ich weiß nicht, ob die wirklich gut ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, und das letzte ist egal. Da kann ich irgendwas anderes reinmachen. Ich wünschte halt, ich hätte schon irgendwas wie Hast oder so, dass meine ATB, ähm, schneller hochgeht. Weil momentan mein Hauptproblem ist, dass unsere ATB sehr langsam nach oben geht. ATB-Ladebonus. Auf geht's. Man muss nur fragen. Du machst einen Level Null Run in Lies of P. Aber das müssen wir, das müssen wir unbedingt auch noch spielen. Äh, das ist auch noch auf meiner Liste auf jeden Fall. Hallo Cloud. Würdest du mich mit meiner Forschung assistieren? Das sieht nämlich richtig geil aus. Ich mag, dass man sehr viel dort mit, äh, mit Block und Parry arbeiten kann auch. Das finde ich immer sehr unterhaltsam. Diese, diese Timing-Geschichten da. So, auf ein neues. Titin. Titin. Titin, Titin. Titin. Go on! Dad! Dad! Impressiv. Ich komme! Komm her! Mama! Mann, ich kann halt nicht auf sie wechseln, weil der springt direkt auf sie drüben. Hallo? Stopp! Stopp! Warte! Schon verkackt. Ah, fuck! Kann ich nicht abbrechen und... Du, 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 du... Kannst du... Ich komme! Ich komme! Es ist wahnsinnig schnell, der sein Ziel wechselt. Das ist richtig hart. Nice! Zynchro. 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 Ich werde das enden. Ich werde das enden. Ich werde das enden. Ich werde das enden. Zynchro. Ich bin ein bisschen geflogen. Ich werde das enden. Ich werde das enden. Schade, dass mir Red schon so früh weggestorben ist. So, wir müssen auf jeden Fall heilen. So, es ist mein Geil? Let's go! Sorry about that. One more shot! You can do it! Not all the time! Take it from here! I'll take care of this! Get him! That's it! Enjoy the rest! You've got this! Great! Storm's coming! That's it! I'll show you what I can do! Sie hat schon wieder Limit! Ah, fuck! Okay, ich muss noch... Ich will nur das Einzelmachen im Moment. Ich mach so wenig Damage aber... Ich mach sie runter! Ich mach sie runter! Hier ich komme! Zurück in den Kreis, damit ich doppelt caste. Und weiter Aero-Spam. Ich mach sie runter! Ich mach sie runter! Ich mach sie runter! Wie sieht's mit Synchro aus? Haben wir gleich auch wieder. Sie muss noch einen Spell machen. Ich mach sie runter! Ich mach sie runter! Das war für dich! Es ist dein Turnier! Es ist dein Turnier! Enjoy the ride! Ich mach sie runter! Hier geht's! Hier geht's! Es ist definitiv machbar! Es ist nur fucking schwer! Ja genau! Es ist möglich, aber es ist verdammt schwer! Und ich hab keine MP mehr! Das ist, äh... Alles schlecht! Was hab's gut? Du gibst mir deine Kraft! Naja! Bleib wache! Oh wow! Sowas gibt's auch, ne? Hey! Zu viel? Sorry about that! Oh mein Gott! Ich... Ich wär tot, hätt ich das nicht pariert! Wuhuuuh! Gestern, gestern war ich mir... Ehrlich gesagt, ein bisschen unsicher. Aber heute weiß ich schon. Das neue Comesystem ist Wahnsinn. Das ist viel mehr Skill based als vorher. Man kann da richtig crazy Sachen machen. Oh Gott. Oh fuck! Ich schätze, ich habe zu lange gebraucht. Oh oh. Ich glaube, jetzt ist es vorbei. Ist das alles? Hier geht's. Es wird nicht lange dauern. Was denn? Ah! Ah, das ist die Barriere, von der die Analyse gestoppt hat. Okay, also wir müssen quasi die Barriere zerstören, damit der noch mal erschrocken ist. Ja, das ist... Ich glaube, das kann ich jetzt vergessen. Ah! Reingelaufen. Ja, du hast halt... Gestern war ich ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, als ich halt gestreamt habe und das alles halt nur so mehr oder weniger überflogen habe. Aber da habe ich mir halt so ein bisschen Zeit genommen nach dem Stream noch, um das noch mal alles durchzulesen. Und es ist so geil. Also du hast jetzt... Klar, es ist komplizierter. Du hast viel mehr Möglichkeiten jetzt. Aber wenn du halt wirklich lernst, die richtig zu benutzen, dann hast du einfach... Du kannst viel mehr, viel, äh... krassere Sachen einfach machen. Viel mehr Kombos. Die ganze Synchro-Geschichte jetzt. Die öffnet halt auch noch mal ganz neue Sachen. Es ist einfach geil. Oh, guck mal! Tifa hat jetzt schon, äh... ein neues... neuen Smiley. Die hat jetzt nicht mehr Grau. Die hat jetzt schon, äh... ihr Lila. Sie mag uns schon... Also, mehr. Hey, perfekte Timing. Pico ist alles vorbereitet. Aber erst... Hier. Du gibst einfach den Schokobo und dein Schokobo kommt rein. Und dann, komm mit mir. Also, wer hier hat noch nie auf dem Schokobo gefahren? Ich hatte ihn. Warum nehmen wir dann ein paar Stunden, um dir zufrieden zu bekommen? Komm mit mir. Schoko. Schokobo. So, genau. Ich hab ja gestern noch dieses Ding da gekauft. Hier, den... den Kuros. Alter. Das ist wie in FFXIV, so ein bisschen dieses... Eigentlich ist es genau das gleiche. Wir haben so Kopfschmuck, wir haben Körper und wir haben, äh, die Beine. Das ist genau wie in FFXIV. Ja, cool. Ha. Oh, umfärben? Okay, das ist krasser als in FFXIV. Oh, yeah. Yeah. Ich will, ich will hier. Pass auf. Mal nehmen eine Twitch-Förm. Ja, man. Außenrum so schwarz. Dann in der Mitte. So ein bisschen lila. Twitch-gesponsorter Schokobo. Die Schokobox. Ich will rein. Hier. Ein neuer treuer Freund. So, wo will er? Ich will rein. Das sind bestimmt diese Zahlen, die wir schon... da draußen gesehen haben. Warum ist die jetzt hier? Ja, hier waren ja überall so genau diese komischen Pfähler da mit den Zahlen. Was Räsen? Die Goldsauce, ich meine. Die sind ein großes Problem in unserer Gemeinde. Wir finden nicht ein Ransch rundherum, der nicht compete. So, ihr seid auch Räsen? Darauf freue ich mich auch mega, Leute. Goldsauce. Ich meine auch gesehen zu haben, dass Goldsauce auf jeden Fall Teil von dem Spiel ist. Da freue ich mich sehr drauf. Pico. Okay, also wir können überall in der Außenwelt einfach R1 drücken. Und dann kommt er herbei. Ja, das ist doch geil. Ah, yes. Oh. Oh, und mit R1 steigt man auch wieder ab. Okay, da muss ich aufpassen. Weil im Remake, im Remake war R1 nämlich Sprinten. Und ich drücke dann die ganze Zeit aus Versehen drauf. Reitübungen. Oh. Okay. Aber wie ist es, wenn wir... Reitübungen. Ah, ist das geil, man. Dein Können im Sattel kannst du im Zeitrennen bei Galopp de Chocobo auf die Probe stellen. Passiere die Zielpfähle auf dem Farmgelände der Reihe nach und so schnell wie du kannst. Jawohl. Okay, okay. Sprinten mit Kreis. Okay. Oh, boy. Let's go. Erstmal so richtig durchspitzen hier. Oh, fuck. Nein. Nein. Go, 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 go. Oh, was, ich finde ich... Oh, okay. Wir müssen nochmal. Die eine Stelle hat's vermaßelt. Du und Pico sind ein perfektes Spiel. Man könnte sogar haben, was es braucht, einen Eraser zu gewinnen mit dem Goldsauce. Wir können dir genug bedanken, Belly. Oh, das erinnert mich. Du hast alle gesagt, dass du dein Flasch gebrochen hast, oder? Dann möchtest du wieder mit dem Schoko-Boomann schwingen. Jetzt, dass die Truppen ausgerufen haben, es ist wahrscheinlich safe, für dich, um zu arbeiten zu fragen. Ah, nein, 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 nein. Ich hoffe, die halten sich sehr ans Original. Dass wir wirklich auch irgendwie die Schoko-Boomann züchten können und so. Das wäre am allergeilsten. Dann machen wir uns einen schönen goldenen Schoko-Boomann. Alles-Könner-Aufträge, okay. Mercenary wurde immer noch mit Alles-Könner übersetzt. Für Aufträge und die Hauptstory gibt es Stufenempfehlungen, die du auf der Karte... Okay. Das ist ja relativ... Ah, Schnellreisen! Zu freigeschalteten Wegpunkten wie Städten, Schoko-Behaltestellen und aktivierten Funkfirmen kannst du dich jederzeit per Schnellreise teleportieren. Geil. Geil. Ja, ich bin auf jeden Fall noch Erster. Wir machen auf jeden Fall noch den Ersten hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Auf geht's. Pico und ich will können das besser. Pico und ich will können das besser. Pico und ich will können das besser. Huuu! Yes! Easy win! So, dann lass mal direkt gucken, was die uns gerade gesagt haben hier. Ah, guck mal, da sieht man sogar die Schokobus-Spuren hier. Ist das so gut, ey? Es ist so gut. Was ist das denn alles? Ah, ein Wachtturm, okay. Da ist noch ein Funkturm. Achso, okay, Wachtturm ist nicht Funkturm. Beistand. Eine Jagd. Analyse. Oh! Oh, wir können auch wieder zurück nach Karm anscheinend, hm? Ist das so? Warte, also kann ich jetzt einfach hier so... Das ist ja wahnsinnig geil. Okay. Ich muss auch sagen, heute stören mich die 30 FPS gar nicht mehr. Gestern habe ich das noch ein bisschen krasser gesehen. Wegen dem Wechsel einfach. Heute stört es mich fast gar nicht mehr. So, was gibt's denn hier, das Neues? Ist irgendwas? Inspiring, nicht wahr? The view. Ich bin Snaps, by the way. Snaps. Im Englischen heißt das Snaps, bei uns heißt der Rico. So. Alles klar. Moment, wir machen Fotos? Hier Pokemon Snap? Tatsache. Wow, das gibt's auch noch? Eine Milliarde Winning Games. Das ist auch... Das macht auch Spaß, finde ich. Solche Fotos... Was für ein Spiel hat denn sowas ähnliches? Und ich meine jetzt nicht Pokemon Snap. Es gab noch irgendein Spiel, wo man auch so Landschaft... Ah, natürlich, äh, hier, ähm... Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Da hatte man das auch. Das fand ich auch sehr unterhaltsam, dass man halt diese Stellen sucht... Und dann wirklich Bilder davon macht und... Und... Das ist cool. Ja, wir können hier auch mal... Queensplot... Oh! Mr. Kuschel-Wuschel? Okay. Mr. Kuschel-Wuschel klingt wie ein schwieriger Feind. Mr. Kuschel-Wuschel. Wie viel Content sollen wir reinmachen, SquidXR? Ja, das ist... Das ist crazy halt. Vor allem, wenn ich dran denke, dass... Halt eines meiner Mankos bei FFXVI halt war. Dass es... Nicht besonders viel Content gab. Das ist, äh, ja. Ich schätze, die haben schon alles reingehauen... Also hier, in das Game. Ach ja, ein neues Stack hab ich mir auch gemacht. mit den Sachen, die wir gestern schon bekommen haben. Von unseren Siegen und den Booster Packs. Kurz zur Erklärung, was mein Gedankengang war. Ich möchte natürlich, dass diese Felder, die wir capturen, dass die immer nach rechts gehen, also zum Gegner hin. Weil es gibt auch ein paar Karten, die haben zwar hohe Werte, aber die capturen nur nach hinten. Und das ist ja irgendwie Quatsch. Deswegen habe ich die gar nicht drin. Und dann habe ich das Deck jetzt mal so aufgebaut, dass wir quasi doppelt so viel Rang 1 haben wie Rang 2 und dann nur ein Rang 3. Ich glaube, das ist gut. Also wenn ich mich so zurückerinnere, wie ich meine Decks damals immer gebaut habe, also Sachen wie die Yu-Gi-Oh! Pokémon Magic, die ganzen Trading Card Games. Dann war das auch immer so ähnlich. So vom Verhältnis her. Man darf halt nicht den Fehler machen, dass man zu viel Hochrange genimmt, sonst kommt man die halt gar nicht. Genau, sonst hat man nämlich den Fall hier. Sonst hat man nämlich den Fall hier. Dass man zu viele Hochrange hat und kann dann gar nicht anfangen so richtig. So, wir tauschen diese Karten. Das sieht gut aus. SBB SBB Das war's für heute. Hi, Fusel. Uh, da hat er jetzt eine Stufe 3 Ding in der Mitte. Okay, Gleichstand. Ah, wenn ich es noch schaffe, das Level 3 Ding zu legen, irgendwo hin. Moment. Shit, ich glaube, das geht gar nicht mehr. Nee, das kriege ich nicht mehr hin. Dann lege ich einfach die, die noch die höheren Werte haben. Zack. So. Zack. Ja, leider kann er nichts mehr machen. So. Müsste doch eigentlich ein Sieg für mich sein. Die, 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 die. Ein Kaktor. Oh, der, der ist gut oben links. Weil er nämlich dann die, die eine Karte, zwei Felder nach unten und eine nach rechts, weil er die verstärkt. Bla, 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 bla. Kein Ding. War mir eine Ehre. Ist das, what the fuck? Ah, nee, okay. Ich dachte gerade, ich sehe da Terror auf dem Foto, äh, auf dem Poster. Das wäre natürlich krass gewesen. Side, Quiz. So, jetzt kriegen wir auch direkt schon mal, ne Idee, wie die Sidequests in dem Spiel sind. Ob das diese, diese, ne, diese doofe Art, die keiner mag ist. Einfach nur diese Fetchquests oder so. Ein Merk? Ja, ein Hot Shop von Midgard, Untercity. Oder so they claim. Sounds like a pro we ought to get to know. Oh, you'd like to meet them? Well, if you're that keen, would you mind delivering a message for me while you're at it? Our town technicians laid up in bed at the moment, recovering from a fiend attack. We asked Shinra to send someone to fill in, anyone who knows the work, but we haven't heard back. Fortunately for us, that mercenary rolled into town. Without him, we would have been up a creek. Mercenary. Ich frage mich, ob das vielleicht, äh, Dings ist. Ob das vielleicht, äh, Yuffie ist. It's your standard Mako Pipeline, really. Carries a portion of Midgard's yield straight to us. We'd be lost without it. Hence, my anxiety. We need it fixed ASAP. Our tank's got some left, but we'll soon be running on fumes. Makes me sick to my stomach to watch our supply slowly dwindle like this. That's rough, man. That's rough, man. Good opportunity to wean yourselves off that poison. Okay, now that one was fun. Wir nehmen natürlich an. Fritz! Der gute alte Fritz, ne? Shadley is hard at work over at the warehouse outside of town. Mind asking them to give us an update on repairs. A simple, it's coming along. We're working as hard as we can to get the power grid back online. We're working as hard as we can to get the power grid back online. Da-da-da-da-da-da-da. So you don't know who he was talking about? It took me long enough, but I finally went and got my cell phone. What the fuck? Da ist ein Kack, du, Alter. What the fuck? Hallo? Okay, a random Kackdorf. Ah, das ist über uns? Okay. Die Minimap ist gut. Ist leicht zu entziffern, was sie von einem wollen. Ist auch schon mal ein guter Pluspunkt. Vielleicht ist ich ein bisschen. So... Ah, das ist doch unter uns. Achso, einfach nur das schwarze Brett. Ach, okay. Die verlorene Karte. Bei einer Partie Blut der Königin hat man mir eine seltene und wertvolle Karte abgenommen. Tough, tough life. Gibt es hier jemanden, der sie mir zurückbringen kann? Easy. Ah, das ist ein Bürgermeister. Das ist auch cool. Also wir hätten jetzt die Quest von ihm, also wir haben ja die Quest von ihm direkt bekommen. Wir hätten aber auch einfach hier an das Brett gehen können. Und da muss man dann nicht in der Stadt quasi umher eilen und rumsuchen, wer eine Quest hat. Sondern man kann einfach direkt hier gucken. Vieh wird von Ungeheuren angegriffen. Ja, das klingt auch easy. Jetzt fühle ich mich so richtig wie ein Syltner. Das ist cool. So. Auftrag des Barkeepers gibt es auch noch. Genau, und das war das mit dem Foto. Okay, dann nehmen wir noch den Auftrag dahin. Wie kann ich all diese Verantwortung machen? Ja. Okay, dann nehmen wir noch den Foto. Hey, wie geht's dir? Hm? Was? Hey, Mister. Du bist ein Winner? Ja. Awesome. Das ist genug für mich. Ja. Absolut. Und ich könnte wirklich wirklich deine Hilfe. Die Wahrheit ist, ich habe eine Queen's Bloodmatch. Was für eine Karte geht es überhaupt? Das könnte ja bedeuten, dass wir die Karte bekommen vielleicht, wenn wir dem helfen. Fände ich gut auf jeden Fall. Hey, ich verstehe. Ich bin auch ein Bartender. Du bist? Also, du weißt, dass du so hart bist, dass ich dich nicht bin. Cute. Kümmer dich selber darum. Wird erledigt. Oh, danke. Danke. Aber erstens muss ich sicher, dass ich meine Kinder in die Karte stehe. Das ist ein Karte mit irgendwelchen Informationen, um nach vorne zu gehen. Informationen, die an die Karte kommt. Unter meinem Niveau. Unter meinem Niveau. Ja, dieser Charakter, den mag ich. Der sieht gut aus. Ähm, der ist im Prinzip auch einfach nur eine bessere Version von dem vier hier. Aber das hat, das hat zwei Punkte. Aber der ist besser als Mantragora. Okay, scheiß auf Mantragora. Dann nehmen wir Kaktor rein. Nice. Das ist eigentlich ein gutes Blatt. Ich würde sagen, das machen wir einfach. Wir brauchen keinen Mulligan. So. Bam. Bam. Oh, da ist ein Kack. Backtour. Oh, wow. Wenn ich dieses mittlere Feld auf Level 2 kriegen könnte und dann den Typ da hinlege. Das wäre verdammt gut. Ich habe aber keine Karte, die das schafft im Moment. Dann müssen wir es so machen erstmal. Hi. Okay, das ist jetzt ein bisschen risky Play, aber... Das würde gehen. Das würde gehen. Das würde gehen. Ich... Liege das mittlere Feld... Lass das mittlere Feld in Ruhe. Shit. Suck. Boom. Easy win, easy win. Okay, that's the kind of skill I'm talking about. You'll beat Virgil Nocrop. That's the guy you gotta play. Virgil? Oh Gott. Ha ha ha. And when you're done, go straight back. I'll have a special cocktail waiting with your name on it. Got this great recipe. I've been itching to try again. The company will conduct a separate investigation to identify these collaborators. Fucking Virgil, Alter, from Devil May Cry. Yeah, I know. Er wird mit I geschrieben. Ha ha ha. Äh. Ach so, der ist sogar... ... 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 Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Virgil, wo bist du? Da. Hallo. Also im Prinzip ja. Da kann ich nicht mal irgendwas dagegen sagen. Auf geht's. Partie beginnen. Queen's Blood. Das ist doch ein gutes Startblatt. Okay, das erhöht die Stärke von den drumherum. Okay. Das wäre natürlich super geil, wenn ich den da so mittig platzieren könnte. Das wäre optimal. Okay, das heißt. Muss es irgendwie schaffen, dass dieses Feld, was jetzt da rechts von mir ist. Dass ich das so hoch wie möglich kriege. Ich könnte auch, ich könnte auch so machen. Ja, ohne Scheiß. Ich spiele einfach auf Nummer sicher. Aber das garantiert mir auf jeden Fall, dass ich den Rang 3 Typen da hinlegen kann. Dann ablehbar. Boof. Das war's für heute. Ah, geh ich jetzt da unten schon auf das Feld? Mach zuerst das. Ich hoffe, er nimmt mir jetzt nicht das Feld da unten weg. Schlecht. Schlecht. Scheiße. War ein bisschen zu greedy. Schlecht. 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 entleert, oh mein Gott. Ey, da freuen sich die Vampire. Äh, ich meine die, Pazier. Moment, kann ich das irgendwie, kann ich das irgendwie noch raushauen? Ich glaube eher nicht. Äh. Nein, ich habe verloren. Okay. Ich, ich wollte, ich weiß aber, ich weiß, was mein Fehler war. Ich weiß, was mein Fehler war. Ich wollte es zu schön machen. Ich finde es übrigens cool, dass da so eine Ablage für das Schwert ist. Dass man das nicht einfach so auf dem, äh, auf dem Stuhl dann hat. Hallo da, Frostermann. Willkommen, willkommen. Willkommen. Zweite Session heute. Rebirth. Ist direkt schon super geil. Wir haben schon mit dem Schokobo ein kleines Rennen gemacht. Und jetzt gucken wir uns gerade in Karm nochmal um. Und, äh, machen so ein paar Sidequests. Will ich was austauschen? Nö. Bin relativ zufrieden. Hiermit. Los geht's. Das hier ist perfekt. Kaktor direkt am Anfang auf dieses Feld ist so gut. Du, 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 du. Okay. Du, 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 du. Der hat halt, der hat so ein Feed, das ist eine relativ, das ist eine relativ hohe Karte, direkt schon 4. 4 ist natürlich wichtig. Okay, jetzt lass ich nicht den gleichen Fehler machen wie letztes Mal, dass ich unbedingt diese 3er Karte ausspielen will. Auf Teufel komm raus. Stattdessen machen wir das so. Okay, sein Charakter liegt richtig bescheuert. Da macht er fast gar nichts. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das Deck nachher nochmal anders. Ich glaube, ich will doch eine Karte, die nach hinten auch aufwertet. Ich merke, ich merke jetzt gerade, wie gut das eigentlich ist, wenn man so nachträglich nochmal nach hinten irgendein Feld aufwerten kann. Ja. Ja, ja, ja. Okay, aber erstmal... Erst einmal... Ich habe Angst, dass er mir das Feld hier wegnimmt. Ja, okay. Legen wir mal das hin. Das sieht doch ganz gut aus. So, wenn ich das hier hinlege, haben wir da oben Gleichstand und ich gewinne. Ich könnte, ich könnte aber verlieren, wenn der da unten irgendeine richtig hohe Karte hinlegt, unten rechts. Zum Beispiel eine 4er, ja. Das ist eine sehr hohe Karte, ja. Ah, shit. Okay. Viel machen kann ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ich habe gewonnen, ne? Ich habe eins mehr. Uh, knapp. Ah, nee, Quatsch. Ach, so wird ja... Es wird ja gar nicht addiert. Es wird... Ey, das ist auch so ein Ding, da muss ich auch drauf achten. Dass die... Die Sachen, die werden ja nicht geaddet. Sondern es wird immer nur das gezählt, was halt am höchsten ist. In der jeweiligen Reihe. Okay, warte. So, wir brauchen etwas. Genau, wie der Pudding zum Beispiel. Der macht nämlich auch nach hinten eine Aufwertung. Oder dieser Teufelsreiter, der ist eigentlich auch krass. Es ist eine 4er Karte, die nach hinten noch Sachen aufwertet. So, vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich den Gardisten überhaupt mag. Der ist irgendwie... Scheiß auf den. Noch ein Pudding rein. Und... Den mag ich nicht so. Das ist eine Level 3 Karte, aber die macht eigentlich nicht viel außer... Das ist ja die... Die... Die Felder aufwertet. Ich mach noch einen... Auslöscher raus. Und nehm mir noch so einen Teufelsreiter mit. Oder so ein 4er. Oder so ein 4er. Ist auch ein 4er. Ja, komm. Die Variety. Wir brauchen die Variety. So. Lass mal das probieren. Das Spiel ist mega cozy übrigens. Macht voll Bock, da einfach so... Keine Ahnung. Mit Stream zu labern und einfach so ein Kartenspiel zu spielen. Das ist cool. Okay. Oh, jetzt haben wir eine blöde Situation. Wir haben nur eine Rang 1 Karte. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Dafür können wir ja die... Die Karten austauschen. Das ist ja halb so wild. Dann mach ich mal... Ich mach mal hier den... Den Quetzerkottel mach ich mal weg. Ich hoffe, dass ich für den jetzt noch ne... Ne Einer krieg. Ja, sehr gut. Okay. So, und jetzt ist nämlich die coole Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Pudding hier hinlege, dann wertet der nach hinten die Felder auf, das heißt ich habe da ein Dreierfeld. Genau so wollten wir das, ich glaube Key, also für die späteren Sachen vor allem, ist dass man relativ schnell in die Mitte kommt, also vorwärts und dann quasi, wenn man erstmal nah beim Gegner ist und den so ein bisschen blockt, dass man dann nach hinten die Sachen aufwertet. Ich glaube, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen am Ende. Irgendwie, guckt mal jetzt, wie krass das ist, er kann nichts mehr machen. Also er hat keine Möglichkeit mehr irgendwas zu machen, jetzt einfach nur, weil ich so schnell nach vorne bin. Als komplette Vernichtung. GG. Ich glaube, ich habe gewonnen. Das war krass. Die Rache ist mein. Hold it. Objektion. Ja. Das klingt wie so ein Zwerg. Ich habe es jetzt nie gemacht. Am I right? Ah. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Wie ist diese Pose? Oh, aus dem Fokus. Holy Sch... Junge, was hat die denn für Bauchmuskeln, Alter? Die ist ja krasser als tiefer. Damn. Richtig baff. Virgin von Wish, ja. Genau das. Okay, also hier drin scheint es jetzt nichts mehr zu geben. Aber wobei, es gibt ja noch... Moment, es gibt über der Stadt. Obere Ebene. Okay, da bin ich fertig. Zentrum. Im Zentrum gibt es noch einen Typen hier. Den Flanny. Flanny Boy. Oder Goal. Wo ist Flanny? Da. Level 3. Oh, das ist bisher der höchste. Das könnte, das könnte ein bisschen hart werden. Mal gucken. Er heißt Flanny, weil er so viel flennt. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Na dann. Die Preiskarte ist die Kastagnette. Oh, die ist aber auch nicht schlecht. Die finde ich gut. Nehmen wir. Level 3. Stimmt. Ja, das... Mal gucken. Ich meine, letztendlich, wenn meine Strategie perfekt aufgeht, dann... Was will er machen? Äh... An sich ist das hier auch schon okay. Okay. Abba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. So, wir kämpfen uns vor. Oh, Kaktor. Das ist gut. Das ist gut. Oh, fuck. Oh, oh. Ich bin, glaube ich, tot, tot. Ich bin tot, tot. Ich kann nichts mehr legen danach und er hat noch sehr viel Platz. Shit. Ja, ich muss wirklich nochmal, wir müssen nochmal das Deck angucken. Wir müssen das irgendwie noch besser hinkriegen, dieser, dass wir durch die Mitte gehen. Lass uns mal gucken hier. So. Also. Richtig mächtig wären Karten, die zwei Felder nach rechts kommen und da gibt es keine. Ja, durch die Mitte. Durch die Mitte. Gibt es eine Einerkarte, die diagonal geht? Nee. Natürlich nicht. Wäre auch zu krass, ne? Shit. Die hier, die hier ist sehr, sehr gut. Und, ähm, ich glaube, da hole ich nochmal zweiten mit rein. Und einen weniger hier vorne. Weil, die geht sehr viele Felder nach vorne auch. Ist das, ist das die einzige Karte, die ich hab, die diagonal geht? Von den zwei an? Ah, nee, die hier auch. Was macht denn das Ding hier? Solange sich die Karte, da, 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 Stärke von verbinden kann. Okay. Erhöht die Stärke von der Karte da runter um eins. Nee. Die deutsche Taktik. Vielleicht ist dieser Typ auch besser, als ich dachte. Weil der so viele Felder quasi upgradet. Ich mach mal... Ich mach mal diesen... Quetzerkottel raus, glaube ich. Und nehm diesen Typ noch mit. Lass mir das probieren. Queen's Blood. Oh, ich kann das abbrechen. Das ist gut. Ähm. Das passt. So, direkt. Sehr guter Start mit Kaktorhiel. Ich kann das abbrechen. So, das hier ist jetzt super gut. Achtung. Peng. Das ist gut. Das ist gut. Wir nehmen seine Felder weg. So, wenn ich den jetzt hier hinlege, dann komme ich in die Mitte. Genau da wollen wir hin. Das ist das mittlere Feld, da wo Queensblatt steht. Das ist das beste Feld. Das ist, das ist ultimativ geil. Ich lege lieber das Ding hier hin, denn dadurch ist das Feld direkt unten drunter auch wieder mir. Ja, easy win. Er kann nichts mehr machen. Er ist vorbei. 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 Er ist tot. Und jetzt noch krasser. Oh mein Gott. Jetzt hier noch krasser. Achtung. Bam. Ja. Ich glaube, das ist eindötig. Nice. 28 zu 0. Auf geht's, Flanny. Jetzt kannst du flennen. Die Karte ist gut. Die Karte ist gut. Die mache ich rein. Die finde ich super gut. Das ist, das ist eine, eine, eine Rang-1-Karte, die nach vorne und nach hinten aufwertet und gleichzeitig noch die Karte oben drüber bufft. Es ist richtig gut als, ähm, als zweite Karte. Ja. Das wird wahrscheinlich immer die zweite Karte, so wie ich spiele. Ist das Juri Lomental, der den spricht? Ich glaube, ja. Er versteht so ein bisschen die Stimme, aber ich glaube, das ist er. Klingt ihm auf jeden Fall ein bisschen ähnlich. So. Sieht aus, als wären wir fertig in Karm. Oh. Ich mag wirklich das Menü dieses Mal. Wie gut das hier auch ist mit der Zusammenfassung. Und hier sind die Quests. Da ist die Karte. Was ist das denn? Oh. Okay. So. Oh mein Gott, ey. So. So, da ist Midgar. Wie cool das ist, Mann. Dann müssen wir hier durch den Sumpf. Kommen wir dann am anderen Ende raus und dann müssten wir in Yunon sein. Und, also, ich hoffe mal nicht, dass das Spiel hier zu Ende ist. Ich kann es mir aber fast nicht vorstellen. Und dann gehen wir da über, über das Meer, fahren wir mit dem Schiff dann rüber. Zur, äh, zur Costa del Sol. Oh, Alter. Ich frage mich, ob es Fanservice gibt mit Badeanzügen, Bikinis. Das hier ist, das ist der Weg nach Midgar zurück, oder? Ist ja auch nice, dass wir hier wieder lang können. Oh, Hasen. Hasisch. Oh. 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 streunende Schokobo-Küken Unterwegs werden dir immer wieder freundliche Tiere begegnen. Folge den kleinen Helfern, die dir den Weg zeigen. Zum Beispiel sind streunende Schokobo-Küken ein sicheres Zeichen dafür, dass sich eine Schokobo-Haltestelle in der Nähe befindet. Okay. Das ist ja cool. Vielen Dank, kleiner Freund. Oh, ich muss halten. Vielen Dank. Es ist cool, wie der hinten noch so eine hinten noch so eine halbe Nuss drauf ist auf seinem Arsch. Das ist ja mega cute. Er sieht glaube ich auch ein bisschen ähnlich aus. Vielleicht sollte ich einfach mal diese ganzen Türme da anlocken. Oh, was ist das hier? Ah, das ist diese eine Sidecrest. Der ist, der ist cute. Ich finde es so crazy, wie lebendig diese Welt wirkt. Ich liebe es. Bei den meisten Open-World-Games hast du halt so den Eindruck, ja, du läufst da jetzt rum und während du da halt auf Reisen bist, da passiert eigentlich nichts so in der Welt. Weißt du, also die NPCs, die stehen da halt rum, laufen im Kreis oder so und hier, die haben das so gut gemacht. Ich habe wirklich das Gefühl, dass quasi alles weiterläuft, während wir hier auf Reisen sind. Dass in der Stadt halt die Leute so rumlaufen, miteinander reden und so. Das Klettern hier, to be fair, sieht manchmal ein bisschen scuffed aus, aber ich mag es trotzdem. Es ist halt cool, dass man wirklich sich frei bewegen kann auch. Man fühlt sich halt wirklich überhaupt nicht groß eingeschränkt oder so. Wegen unsichtbare Wände oder zu hohe Berge, wo man nicht hochlaufen kann oder so. Es geht halt immer irgendwie. Du kommst irgendwie immer vorbei. Ganz großer Unterschied zum ersten Teil. Ah, da ist der Turm, okay. Also wie der Hasis. Die Hasen sind auf hier. Ich frage mich, ob die mich auch irgendwo hinfüllen, wenn ich denen folge. Sieht aber ja nicht so aus. Oh, shit. Orgs. Feeding time. Woohoo! Red 13 ist übrigens ein sehr cooler Charakter. Also ich spiele, ich spiele den wirklich gerne. Ich spiele den wirklich gerne. Bleib. Es ist ein kleiner Wunder, wenn du gewonnen hast. Mir ist auch gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass die anderen Charaktere, die nicht dabei sind in der Gruppe, dass die trotzdem da sind im Kampf. Die laufen halt außen irgendwo rum. Das ist auch nice. Yeah. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Wenn ich da hochklettere? Ist da irgendwas? Ist da etwa irgendwas? Da muss doch irgendwas sein, oder? Ah ja, okay. Mogri-Medaillen. Juhu. Ich habe ganz den Schokobo vergessen übrigens. Ich habe schon wieder vergessen, dass wir einen haben. Let's go. So, nächstes Ziel. Noch 500 Milliliter. Ey, du gibst mal echt viel ab. Holy fuck. Ja, hier ist noch ein Funkturm. Ich würde sagen, nehmen wir den als nächstes. Können wir springen eigentlich? Oh, warte. Wittern? Was ist denn Wittern? Oh, okay. Suchen? Hä? Okay, also der Schokobo kann anscheinend auch so ein bisschen wie so ein Hund. Kann der auch Sachen wittern oder so? Wie cool das ist, Mann. Alter, die Party. Und sogar bei 13 reitet ein Schokobo. Ein Liter ist aber echt viel, oder? Ich glaube, Männer können sogar ein bisschen mehr abheben, glaube ich. Aber ich erinnere mich an diese, ähm, ich erinnere mich an so eine Folge von Sherlock Holmes, wo die irgendwie meinten, wenn ein Mensch zwei Liter Blut verliert, dann stirbt er. Oder wird ohnmächtig zumindest. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch stark abhängig von wie groß du bist und so. So, das ist also der Kontrollposten von Midgar und da kann ich nicht lang, ne? Also der Turm ist irgendwo, äh, ah, da. Juhu. Juhu. Schokobo? Kann ich Sachen einsammeln, während ich auf dem Schokobo sitze? Gutes Spiel. Ich wollte einfach nur mal gucken, wie das ist, jemand mitgehabt, wenn wir das nochmal leihen können, okay? Scheintlich. Ah, okay, here we go, here we go. Schatzsuche mit Schokobos. Erscheint über dem Kopf deines Schokobos das Symbol? Bedeutet das, dass ein Hase in der Nähe einen Gegenstand vergraben hat. Finde ihn mithilfe des Geruchssinns deines Schokobos. Okay. Cool. Genau das wollte ich ja gerade ausprobieren. Oh. Wo? Wo? Ah, okay, ich muss gedrückt halten. Okay, okay. Ah, okay. Hier. Aha. Das ist ja cool. Es kommen, es kommen immer neue Sachen dazu. Es hört einfach nicht auf. Es geht immer weiter. Ausnutzende elementarer Schwächen. Wissen wir doch schon. Das wissen wir doch schon. Oh, niemand von uns hat Analyse. Das ist schade. Das ist ja auch schon. Also, es gehts. Also, es gehts. Du bist schade. Du bist schade. Halt. Du bist schade. Du bist schade. Das ist nicht genug. Let's finish this. It's over. It's on you. Ready when you are. Let's set this. Go for it. I'll take care of them. I'd keep my distance if I were you. Too much? Hey, you asked, can you take over for me? It's on no time to waste. Ah, da ist das. Die Wirkungsboot. What the? Was? Nein, ich wollte eigentlich nicht auf dich drauf. Wie kommst du überhaupt hier hoch? Die Wirkungsboot. 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 Kannst du mal die Leiter da freimachen, bitte? Monsieur. Ja, okay. Anscheinend findet man hier oben immer so ein paar Medaillen. Was bist du denn? Das ist wie in der ersten Pokémon-Folge. Zeigt der mir irgendwas? Ich glaube schon. Alter, warte! Du bist zu schnell! Schau an das! Du hast auf eine Lebensprinke getroffen. Warum nicht versuchen, es zu schämen? Schau, was du herauskommst. An der Planeten-Figurative-Database sollte uns helfen, zu lernen, über die Region. An Lebensquellen kannst du Analysen zum unterirdisch verlaufenden Lebensstrom durchführen. Auf diese Weise erlangst du Wissen über die umliegenden Orte. Wenn du dem Ruf einer Quellen-Eule folgst... Ah, das war das Vieh, okay. ...wird sie dich bestimmt zu einer Lebensquelle führen, wo sie ihr Nest hat. ...wird das ein Leben-Stream sein? Der Lebensstrom... ... Oh, wow! Jackpot, Alter! Holy... Holy... Was habe ich gesagt? Schon wieder was Neues? Okay, ich glaube, das war gut. Hahaha, da ist... Regionsberichte. Regionsberichte. Durch Analyse der Lebensquellen kann das Wissen des Lebensstroms entschlüsselt und den Regionsberichten festgehalten werden. Du kannst diese Regionsberichte über die Blartaste Weltberichte einsehen. Geh ins Menü Chatly Regionsberichte und erweitere dein Wissen über die Geschichte und die geografischen Eigenheiten der verschiedenen Regionen. Alter, Lore! Die Lore! Ja, es ist echt crazy, also... ...das hört ja gar nicht mehr auf mit neuen Sachen. Und wir sind immer noch am Anfang vom Spiel. Seine Potential-Energie-Aufnahme ist viel zu minuskul, um Shinra zu verursachen. Aber für uns, ihre Fondsen der Intel. Ich empfehle dich, mehr von diesen Lebensstroms zu suchen. Ich bin ja, ich bin ja legit immer noch am Anfang... Also, ich bin ja überhaupt nicht groß weitergelaufen. Ich bin am Anfang vom Spiel noch keinen Schritt irgendwie weitergekommen. Aber jetzt schon stundenlang konnte der. Okay, wir gucken mal rein. Regionsberichte. Die Geschichte von Karm. Bla, bla, bla. Verkehrsnetz in den Graslanden verwaltet. Aha, aha. Shinra hat seine Machtübernahme von unsichernden Reaktorien. Da ist mir das Mako durch ein Rohrsystem aus Midgar hereingepumpt. Ah, okay. Also, die Stadt wird durch ein Rohrsystem, das sind diese dicken Rohre, die wir überall sehen, von Midgar aus versorgt. Und zur Verwendung wird das auch in Tanks gespeichert. Hm. Dann leben die ja eigentlich voll gut, weil die haben dann die Energie, die Midgar produziert und leben deswegen auch richtig geil. Aber die Natur ist trotzdem in Ordnung, weil die nicht selbst einen Reaktor haben. Das ist ja, das ist richtig geil. Die hohe Lebensqualität sorgt dafür, dass Jahr für Jahr mehr Einwander in die Stadt kommen. Ja, kann ich verstehen. Da würde ich auch wohnen. Vor etwa zehn Jahren wurde Karm schwer beschädigt, weshalb Shinra wieder Aufbaumaßnahmen einleiten ließ. Über die genauen Hintergründe des Vorfalls ist bis heute nichts bekannt. Secret. Was ist das hier? Äh. Ich muss ja irgendwie runter. Oh, jawoll. Schoko-Bro, Alter. Du kannst es machen. Kann ich nicht runter da? Komm, komm. Ich muss nur die richtige Stelle finden bestimmt. Okay, es ist ein bisschen hoch. Ich gebe sie zu. Boah, die Dinger sind aber auch echt schnell. Oh, Tyrion. Ja. 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 Das wäre natürlich super. Also mit anderen Worten, ich soll für dich die Sachen suchen. In der Industrie. Wie du. Ich versuche, ich werde alles machen. Alles? Okay. Ich werde es helfen. Wenn du dich nicht nennen würdest. Du, Herr, hast ein Problem. Okay. Okay. Das kriegen wir schon hin. Okay. Okay. Uh. Okay. 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 noch nicht annähernd. Herr Schokobro. Ein Schrottplatz, ne? Ok, hier ist was. Hä? Öh. Da... 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 Ich hab so das Gefühl, dass ich gerade den blödesten Weg überhaupt laufe. Da... Welp... Ich hab noch ne random Quelle gefunden. Noch ne random Quelle gefunden. Da... 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 Das sind quasi neue Rezepte für unsere Synthese-Funktion für das Crafting. Ok, hier. Hier scheint auch irgendwo... Genau, hier scheint auch so ein Kampf in der Nähe zu sein. Ah ja, die ganzen Teile sind links. Ich bin natürlich nach rechts gegangen. Aha. Typisch, ey. Typisch. So, und hier ist eine Jagd. Das würde ich auch gerne ausprobieren. Oh, was ist das denn, ey? Die sehen gefährlich aus. Komm schon da runter. Emote! Emote! Moment. Moment. Moment, where is Dustin? Ch-Chadley Wifu? I am your personal Monster Assessment Instrument. But since that's a mouthful, you can call me MINE. Chadley programmed me to assist you by providing detailed analyses of the fiends you encounter. I hope I can be of service to you in the many battles ahead. And with that out of the way, I'm picking up unusual Fiend-Activity nearby. To procure the biological data that we require, you'll need to complete specific objectives during combat. But don't worry, because I'll be here to help you succeed. Good luck! Maifu, ja. So, Kampfplätze. Habitat des seltener Ungeheuer. Mhm, mhm. Dangerous Fiends may be in the vicinity. Exercise caution! Okay, ich muss erstmal Analyse equipen auch. Äh, scheiß, scheiß mal auf Heilung, ganz ehrlich. Machen wir jetzt Analyse-Wahn. So. Luft. Frost. Heilung. Er kriegt das Gewitter. Er hat auch TP-Boost und Feiles-Technik. Das ist auch nice. Könnt ihr noch ein Heilen geben? Heilen? Oder? Äh. Das Morphen habe ich mir übrigens auch geholt. Wodurch wir Monster quasi in Items umwandeln können. So ein bisschen wie Pokémon. Äh. Wo wir sie... Wir müssen erst ihr TP reduzieren und dann können wir sie morphen. In, äh... Items. Ich mach, ich mach zur Sicherheit mal noch ein zweites Heilen dazu. So. Ja. Leviathan, Leviathan. Cool. Ja, das Setup gefällt mir. Okay. So. Mache einen Gegner Schock anständig. Schocke einen Gegner. Erledige alle Gegner innerhalb der Zeitung. Okay, okay. Okay. Oh nein, das ist Kloch. Oh nein, das Kloch. Oh. Ne, bitte, bitte nicht, äh, hier mit Frosch und so. Das wollen wir nicht. Stern, Staub, ne, Analyse erstmal. Wirksam, Feuer und Eis. Let's go, man. Oh oh. Sie fressen, äh, Aerith. Wir suchen sie mal zu retten. Jesus. Okay. Okay. Okay, das ist gar nicht mal so einfach, ey. So, Schock. So, Feuer und Eis ist effektiv. Dann mach ich einfach mal. Mach ich Feuer oder heil ich? Ich meine, das ist, äh, wir sind unter Zeitdruck. Wir müssen hier gucken. Wir sind unter Zeitdruck. Wir müssen hier gucken. Und jetzt. Eine weitere Zeit. Ich sehe. Hier. Auf ihn. Danke. 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 ST. Kampfunfähig, sehr gut. Ramu, hilf. You're up. Let's go. Wir haben ihn noch nicht schockanfällig gemacht. Wie geht das denn? Wie mache ich denn einen schockanfällig? Wie geht das denn? Das stand wahrscheinlich bei der Analyse irgendwo dabei und ich habe es nicht gesehen. Kampf wiederholen, ja. Ich würde gerne... Oh, das ist schön, dass wir die direkt wiederholen können. Ich dachte, ich muss jetzt warten, bis die respawnen. Oh. Rare Leprechaun Variant identified. Kommenziert die Gelegenheitsprotokoll. Observe ihre prodigiosamente körperlichen Appendien. Diese impressiven Läge, die nicht nur die Läge zu schlafen lassen, in der Blick eines Augen, aber auch Hörl-Rocks mit enormen Sporten. Okay, ich probiere einfach mal, Feuer zu kosten. Und wenn das nicht schlafen würde, diese Variante ist capaz von einem Toxin, das seine Quarriere in ein Frag. Sein Lieblingsnack. Ob es das qualifiziert als ein echtes Gourmet oder nur ein Picke-Eater, ist immer noch ein Thema der Verwaltung. Was auch immer das Problem, Baby. Mehr Forschung kann uns helfen, wie es die Diät unterstützt, seine Physik. Also geh in da und gib es einen guten Bein. Aber ich werde Coyote, natürlich. Atau, Tchaik! Uppdating Feand Intel! I��! Ich verstehe! Iaka, ich mach jetzt. Ich mache das! Ich probiere das. Ich stehe, ich gehe! Ich mache das! Ich gehe! Ja! Nein, ich bin gefroscht! Girl! Au. I am a Materia girl? Weil wir Materia gelevelt haben. Well done. This is a skill. I can this time. That's that. Congratulations! You managed to complete all Intel objectives. Ja, ich, ich glaube, vorhin hat das nicht funktioniert. Oh, Gruppenstufe hat gelevelt. Okay. Ich glaube, vorhin hat das nicht funktioniert, weil ich Feuer dann gemacht habe, als er gerade unter Schock gekommen ist. Das heißt, dann war er schon im Schock und war deswegen auch nicht schockanfährlich, weil er schon, er war schon geschockt. Jetzt haben wir es ja. Easy, peasy, lemon squeezy. So, keine MP mehr. Aber es hat sich gelohnt. Ähm. Was war das hier? Achso, die Haltestelle. Ja, genau. Okay, also jetzt nach links. Da müssten die ganzen Items rumliegen, die ich für die andere Quest brauche. Ups. Da ist es gerade passiert. Ich habe R1 gedrückt, weil ich sprinten wollte. Egal. Ich gewöhne mich dran. Äh. Wie kommen wir denn hier wieder hoch? Und, also, der hat mich zu nennen. Guter Musik. Guter Musik. Guter Musik. Noch ein Item. Geben Sie es bitte auf. Dankeschön. Da ist noch irgendwo eins. Eine Bio-Ratte. Geben Sie. Geben Sie. Ich werde die Arbeit machen. Auf Wiedersehen. Hab genug? Got you. Dann wird es vorbei. Nur die starken, die überlebt. Karten-Systeme, der Quest-Anzeige und allem. Bisher sehr zufrieden. Lässt sich sehr intuitiv bedienen. Ist auch sehr genau. Und ja, leicht zu verstehen. Alles super. Wieso, ich glaube, ich habe alles. Äh, ja. Holy Mother of God. Das Pipe wird so gut wie neu. Ich dachte, wir können sogar noch mehr Geld verdienen. Dann, dann. Follow mich, würde ich? Ich bin nicht meine Geld. Ich meine, die Pipe. Warte. Grandma nicht sende dich hierher zu finden, hat sie? Weil, wenn sie das tun würde, würde ich nicht zurückgehen. Ich bin sehr froh, dass sie mich als ein kleiner Kind behandelt. Sie lassen mich nie mit einem Job einsteigen. So, ich packte mich und schaute den Weg. Jetzt bin ich hier, meine Fortunat. Ich kann nicht erwarten, dass ich meinen Erfolg in ihrer Schmuggel-Base schraubere. Äh, ich glaube, das ist ein bisschen schwer. So, ich musste mal gucken, wie das hier mit der Analyse ist, weil ich glaube, man sieht, welche Viecher man schon analysiert hat. Ah ja, genau, okay. Ich glaube, das sind die mit dem blauen Punkt da, die habe ich, glaube ich, schon analysiert, oder? Let's get going. Oh, ein Leck. Das ist aber nicht gut. Reparieren, bitte. Oh. 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 es wird sein. Man kann Salbei stehlen und Marioran. Das war ein schwerer Geist. Die Union der Allesküller. Oh nein, noch mehr Pilz-Boys. Oh, 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 no. Nicht die Pilz-Boys. Ich glaube, das ist ein Job für Iris. Ich muss ein bisschen auf Range spielen. Und, äh, ich bin getrennt. Das ist natürlich scheiße. Äh, Feuer- und Blitz-Elementarattacke. Ja, sehr gut. Jetzt bin ich wieder gesilenced. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Instrumental Feeling Chile? Feeling Chile? I got this i got this oh yeah I got this Füße die Pilzmänner, oh ja. Nichts. Vergiss sie. Die Verpackungen sind fertig. Lass uns Fritz sehen. Du 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 du. Bist du 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 du. Da ist noch eine Jagd. Was ist das hier eigentlich? Espakunde? Okay, das klingt spannend. Ja, wenn man so Blut abgezogen bekommt, ey, da muss man natürlich erstmal nochmal ein bisschen was essen. Kann ich voll verstehen. So, wir probieren jetzt mal so ein Kissen aus. Ein Kissen, ja. Also ein Kissen ist im Prinzip das neue Zelt. Was damals halt ein Zelt war, das man auf der World Map quasi übernachten konnte, um die ganzen TP und MP wiederherzustellen. Das ist jetzt das Kissen, das man nur hier benutzen kann bei den Haltestellen. Finde ich gut. Das ist eine gute Lösung. Holy Shit, der Speed. Was ist das hier? Verlassene Siedlung. Ich will den Fight hier nochmal. Ich war doch vorhin da. Ja. Vorhin war ich doch da. Das war doch direkt bei der Midgar Kontrollstation. Wieso habe ich den Fight hier nicht getriggert? Wir sind jetzt im Monstercharakter. Ja, die da. Ja, sehr interessant, Mai. Was kann... Okay, scheint Blitz-Elementare zu sein. Oh, wow. Oh, wow. Fight auf den Wolfs. Wah, wah, wah. Oh, haben keine Schwäche. Versiehe sie mit einer negativen Zustandsveränderung, um sie schockanfällig zu machen. Ja, fuck. Haha. Wobei doch, ich hab... ich hab verziehen. Oder hab ich nicht equipt. We're able to developen Smyptor or efficient ways of felling Fees. Now hurry and collect our stuff. Okay. Well done. Just know I'm cheering for you. Ja, wannabe Pikachus. Habe ich irgendeine Chance? Doch, ich habe eine Zustandsveränderung. Sie kann das nämlich mit ihrem Kronofeld, kann sie nämlich Stopp machen. Funktioniert aber irgendwie so. 10 aus 10. Das war nah. Schade. Habe ich vielleicht ein Item, das eine Zustandsveränderung macht? Nein. Jetzt komm her und greif mich in. Verdammt. Verdammt. Dann gebe ich ihm, dann gebe ich ihm noch Toxin. So, kann ich jetzt trotzdem wiederholen? Ja, okay. Cool. Das ist so gut gemacht, dass du einfach sagen kannst, ja, ich will jetzt nochmal. So, Bio. Da, Schockanfälle. Ja, boah. Juhu. Problem gelöst. Das ist meine Turn. Das sind die Kronofeld-Juhle-Juhle-Juhle-Juhle-Juhle-Juhle. Ich bin auch noch nicht so. Nein, shut up! Lauert immer noch weit. Wir haben viel Freak-Data gekauft. Danke dir! Danke dir! Ich bin ein süßes Anime-Wafu! Jetzt will ich das hier erkunden. Das ist ein Navi für FF... Es ist echt so. Genau, ja. Das ist ein perfekter Vergleich. Huhu! Listen, listen! Oh, ist das eine Höhle? Kann ich da rein? Oh! Alter, Adventure! Adventure! Yes! Tschüüüüüüss! Meister der Gegenstände Materia! Uh, das ist nicht übel. Verstärkt all unsere Heilungsitems und so, was wir werfen. Das ist gut. Mein Freund hat sie auch immer genauso angefangen. Ja, ey. Das ist halt too much, man. Das ist Backseat-Gaming at its finest, ey. Oh, wie komme ich denn da hoch? Kann man hier irgendwo klettern? Oh, was ich hoch? Ah, da drüben. Oh, 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 Chocobro, Chocobro. Such, such. Äh, äh, wittern, wittern. Yeah. Da liegt der Hase im Pfeffer. Was ist das für ein Spruch? Hä? Sieht da komplett runter? Oh? Hey, Cloud, do you notice any sparkling minerals nearby? Äh, ja, direkt vor mir. Oh. Oh. Ich wünsche euch, dass die Sanctuaries auszuprobieren. Die Graxlands sind zu Hause, um die Sanctuaries zu feiern. In den Ängen des Mids, als Titan aus seiner subterráneischen Präsenz, hat er einen massiven Erdbeeren gegründet. Darum rief eine große Flasche aus dem Meer, um die Graxlands zu werden. Titan! In den Esper-Schreinen schlummert das Wissen über die jeweilige Esper in Kristallform. Durch die Analyse dieser Kristalle kann die dazugehörige Beschwörer-Materia verbessert werden. Um einen Esper-Schrein zu finden, soll es durch einen Leitstein orientieren werden. Der Schrein von Titan. Cloud Smash! Das ist ja... cool. Boah, ich freue mich voll darauf zu sehen, wie die Schreine dann aussehen. So, der Schieber-Schrein ist bestimmt so voller Eis und so. Nice. Das ist positiv und unglaublich, Cloud. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich noch ein Kristall mit diesem Kaliber gesehen habe. Um zu denken, dass die Schreine des DIVINE drinstehen. Ich kann mich nicht erwarten, zu sehen, welche Art von Intel oder Analyse erzeugen wird. Du musst mit dem Kristall synchronisieren, bevor ich die Daten auf die dazugehörige Enttätigkeit aus dem dazugehörigen. Ich bin auf dich. Analyse der Esper-Kristalle. Wenn du einen Esper-Kristall untersuchst, öffnet sich die Esper-Kristall-Matrix. Schau sie dir genau an und merk dir, wann du welche Taste drücken musst. Oh wow, noch ein Minigame, okay. Diese Matrix verschwindet, sobald du mit der Analyse beginnst. Drücke aus dem Gedächtnis heraus, die richtigen Tasten zum richtigen Zeitpunkt in die Daten des Kristalls erfolgreich zu extrahieren. Alles klar. Achso, das ist A. Gelingt dir dies, wird die Esper im Kampf-Simulator geschwächt und ihre Beschwörer Materia gestärkt. Okay. Also, die Kristalle sind nicht nur dafür da, dass der Kampf gegen die Esper leichter wird. Die sind auch dafür da, dass die Materia stärker wird. Okay, also wir wollen die finden auf jeden Fall. Okay, cool. Okay. Okay. X. 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 Okay. Oh, okay. Okay, okay. Ist auch lustig. Übrigens schon wieder, ne? Hier, neues Minigame, neue Sachen, neue Lore, neu alles, alles neu. Fucking nice. Alter, haben wir die Materie noch gar nicht. Aber passt schon. So, wo will ich denn jetzt hin? Hier soll ich eigentlich hin, aber scheiß drauf. Wahrscheinlich wär's am cleversten, wenn ich einfach die, äh, die Quest erst mal abgeben. Oder hier lang geh. Ist das noch ein Turm? Hier ist auch noch ein Turm. Das ist tausendmal geiler als Elden Ring, to be honest. Ich hab mega Spaß hier. Elden Ring war cool, aber to be honest, war's nicht sehr abwechslungsreich. Das hier ist halt riesig, es fühlt sich super lebendig an, die komplette Welt. Und du hast immer was anderes zu tun. Es ist, du hast die ganze Zeit Abwechslung. So was hab ich halt ein bisschen vermisst bei Elden Ring. Ach, dieses Foto müssen wir auch noch machen. Oh, das ist ja so. Ich bin glücklich, dass ich ihn gesehen habe. Knapp zwei Wochen, kann man sagen. Alles können reloaded, Alter. Das machen wir jetzt. Ah, das wird dieser Kartenladen. Ja, der war, genau. Den hatte ich ja gefunden und der war nicht offen. Let's go. Wir müssen diese seltene Karte zurückgewinnen. Hallo, du. Du siehst aus, als würdest du schon seit Stunden auf einen würdigen Gegner warten. Nun. Hier bin ich. Oh, what the fu- Okay, der Typ ist, okay. What the fu- Okay. Der Typ ist richtig crazy, huh? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Dragon's Dogma 2 so extrem toll wird, weil... Gleiches Problem wie Elden Ring, da hast du nicht viel Abwechslung. Also im Prinzip machst du da die ganze Zeit halt das Gleiche. Aber letztendlich kommt's halt, letztendlich kommt's auf die Fanbase an, ne? Ich glaube, das macht immer am meisten aus, wer, ähm... Also wie viele Fans das jeweilige Franchise und so hat. Hm, hm. Dann was hat das... Also ich persönlich, ich persönlich, ich persönlich hab jetzt mit Dragon's Dogma gar nicht so viel am Hut, ehrlich gesagt. Ich fand das erste halt auch nicht so mega geil. Als mir da so ein bisschen an Story gemangelt hat. Das Gameplay war halt gut, aber... Also im Vergleich zu dem hier. Aber ist halt, ist es schwer, weil... Wenn ein Spiel so früh im Jahr rauskommt, find ich immer, dass das Spiel es schwerer hat, Game of the Year zu werden. Weil, also wenn wir mal ganz ehrlich überlegen, meistens ist es so, dass Game of the Year irgendwas wird, was relativ nah an der Game of the Year, ähm, naja, Nominierung quasi rauskommt. Also es ist, es ist halt irgendwie ein bisschen doof, weil natürlich ist dir so ein Spiel, wenn du es gerade vor einem Monat oder so gespielt hast und du hast es voll geliebt, dann feierst du das natürlich so immer noch mehr als ein Spiel, was vielleicht genauso geil war, aber was halt irgendwie im Januar rauskam. Wisst ihr, was ich meine? Ist immer ein bisschen schwierig dann. So. Entsprechend der Anzahl der anderen verstärkten, verbündeten Karten steigt die Stärke um eins. Das klingt mega gut. Ja gut, stimmt eigentlich. Da hast du auch wieder recht. Oh. True. Ah, okay. Stimmt. Fair. Fair point. Fair point. Soll ich mal so richtig aggressiv probieren, in die Mitte zu kommen? Einfach mal gucken, was passiert. Ja, einfach geradeaus. Mitte des Jahres ist immer perfekt, dann haben die Games-Sets. Ja, stimmt. Vor allem können die dann auch nochmal so ein paar Patches rausbringen und vielleicht sogar schon ein kleines Update oder so. Stimmt. Gut, er hat, er hat mir die Mitte jetzt schon weggenommen. Das ist schlecht. Oh Gott. So, jetzt habe ich die Mitte wieder. Gib mir die Mitte, du Sau. Okay, okay. Okay, Mitte gehört uns. Scheiße, ich habe gerade ein Problem mit. Mit meinen Karten. Ich kriege keine hochreinigen. Oh, okay. Danke, das war sehr nett von Ihnen. Nee, ich mache den Vierer hier hin. Das sind dann nämlich schon mal Safe-Punkte. Okay, jetzt kann er nichts mehr tun. Okay, okay. Also dafür, dass das sofort der krasse Sammler-Champion-Master-Of-Ultra ist? Oh, der Kräuter war ganz schön verschissen. Her mit der Karte. Sieg! Also, verstehe ich das richtig? Entsprechend der Anzahl der anderen verstärkten, verbündeten Karten. Das heißt, für jede Karte auf meinem Feld, die irgendeinen Buff bekommt, kriegt diese Karte hier nochmal plus eins. Das ist eine mega Kombination mit diesen Krakthos zum Beispiel. Okay. Whatever. Whatever you say. Loser. Ihr zwei hier draußen am Chillen oder was? So, da haben wir noch den Farmer-Auftrag. Dann gehen wir hier hin, für die Quest. Und danach gehe ich hier hin. Perfekt. Effizient. Effizient. Das war nicht seit dem Finale. Ja. Eigentlich bin ich viel krasser. Also, wenn du das nächste Mal kommst, dann sieht das nicht mehr so aus. Ja, ja. Ist okay. Ist okay. Oder aber. Ich dachte... Ich dachte gerade, da oben pinkelt wär. Ich dachte, what the fuck? Habt ihr denn hier? Ich seh noch diesen riesigen Wasserstrahl, der irgendwo von zwischen den Beinen herkommt. Denk mir so, alter. Was ist denn da los? Ich könnte mir mal ein Kissen umgegengift. Ich könnte mir mal ein Kissen umgegengift. Das ist mir besonders wichtig, weil momentan fühle ich mich so ein bisschen eingeschränkt, was Materia anbelangt. Ich hab extra, ich hab extra geguckt, ob sein Icon immer noch aufleuchtet. Weil ich dachte, weil ich auch dachte, vielleicht kann man den nochmal rausfordern und dann wird das schwerer. Aber nö. Ah ja, okay. Jetzt, da wir die Gruppenstufe 2 erreicht haben, haben wir hier auf unserem Sphärobrett neue Sachen freigeschaltet. Was haben wir denn alles? Konterfeuer. Kontert ein Fernangriff. Blitzelementar. Also am besten legt man sich auch auf ein Element fest für jeden Charakter. Und levelt dann diese, diese Spezial-Elementar-Fertigkeiten hier. Waffenfertigkeiten plus. Erhöht den Schaden. Okay, das ist natürlich nice. Eis. TP-Boost. Ich mein, mehr HP ist auch. Nicht übel. Furiose Verfolgung mit Tifa. Und dann haben wir hier Feuer. Brauchen wir aber Waffenstufe 3. Ich glaube, ich hole mir das. Hol mir dann oben den Damage. Oh, der kostet 10? Oh, die Level 2 Sachen. Ah. Die Level 2 Sachen kosten 10. Nee, doch nicht. Das hier ist auch nur 5. Wenn ich nochmal alles zurücksetze. Moment. Blütensturm. Damage. Beste. 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 Ja. Dann kann ich das hier vorschalten. Cool, dass man das on the fly einfach resetten kann auch. Da hole ich mir das als nächstes. Gehe dann hier rüber. Für das Tifa-Partner-Synchro-Ding. Hol mir vielleicht noch den TP-Boost hier. Ja. So. E-Ri-Sou. 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 Das hier ist übrigens, ich glaube, das ist mega gut übrigens, dieses Leibwache. Weil, ähm, das Problem bei ihr ist ja oft, dass man mit ihr so ein bisschen Zeit braucht, um die Magie halt, äh, zu wirken und so. Und hiermit kann man die Gegner quasi ablenken mit einem anderen Charakter. Das ist echt gut. Ich sollte vor allem für den Titan-Fight, sollte ich ihr windige Welle hier geben. Dadurch wird nämlich die Wind-Magie stärker. Äh, MP-Maximum um drei. Ne. Das ist nicht so geil. Was kriegt sie denn hier? Visions-Synthese. Oh, wow. Wir nehmen erstmal Seelen-Verbandschaft. Das ist auch gut. So, Red. Grey. Phantom-Biss. Okay. Cool. Cool. TP ist auch gut. Aktien mit Cloud. Oh, die Limit-Stufe Plus gibt es sogar. Ich, ich glaube, das nehme ich zuerst. Dann nehmen wir hier die TP. Und die Syncro-Attack mit Cloud. Barrett. Barrett ist im Moment so ein bisschen whatever, weil... Ich habe gerade gelesen, hinter meiner Webcam, ja. Ich habe, ich habe gerade gelesen, Avalanche Abtreibung. Dacht mir so, what? Aber es ist Abreibung. Treffereffekt bei geschocktem Gegner, Erhöhung der Angriffskraft und Verlängerung des Schockzustimmens. Ich überlege mir, by the way, gerade so, ob ich die Webcam vielleicht für das Spiel eher rechts hin mache. Ich muss nochmal gucken, was, was im rechten Bildschirmwand so ist. Was haben wir hier? Bilder ansturm. Also, das kenne ich schon. Das haben wir schon mit, äh... Mit Retratien. Ich glaube, dann will ich das tiefer Ding. Hier, mehr HP. Und tiefer. So, und bei tiefer... Was haben wir hier? Partner mit Aerith. Das ist sehr geil. Weil ich die zwei ja gerne zusammenspiele. Reduziert den ATB-Verbrauch von Waffenfertigkeit. Das ist auch gut. Beschwingter Schritt. Ah ja, okay. Das ist wieder so ein Ausweichmanöver. Erhöht den erteilten Kombo-Schaden. Okay, wir machen Kombo-Schaden und Synchro-Fertigkeit mit Aerith. Das Coole an den Synchro-Moves ist auch, wenn man die halt zusammen mit einem Charakter macht, dann erhöht sich auch die... Äh, die... Wie nennt man das? Die Affinity? Was ist denn das deutsche Wort für Affinity? Das... 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 Das Vertrauen die Beziehung? Ihr wisst, was ich meine. Deutscher Synchronsprecher, by the way. Kennt keine deutschen Wörter. Das finde ich so schön, dass hier einfach so random Leute rumstehen, mit denen du eigentlich gar nichts zu tun hast. Das macht das alles so lebendig und realistisch irgendwie. Und hier die Tiere, die rumlaufen und so. Einfach gut. Vertraut halt? Ja, sowas. Mein, help me with something? Am Oliver, by the way. Owner of this farm. Got Fiend Trouble. Every night it comes after my lifestyle. Least I assume a Fiend's to blame. Think you could find and deal with it? Not much, save the bastards smart as hell. Managed to evade every trap I've set. Even hired a Hunter to get rid of it, but that was a bust. Affinität. Aber das ist so ein, ähm, das ist so ein nerdy Tryhard-Wort, was im normalen Sprache überhaupt keiner benutzt. Das sag ich, das sag ich das nächste Mal, wenn ich irgendein Mädchen auf ein Date einlade. Ja, äh, hättest du vielleicht Lust, unsere Affinität zueinander zu erhöhen, ne? Ja, okay. Hey, Kleiner, hast du Bock auf einen Synchro-Move? Das funktioniert doch, 100 Pro. Oh, Red, Red 13? Mach keinen Scheiß, lass die Kühe in Ruhe, okay? Ja, okay. Though if you wish to try, I won´t stop you. Okay. Schokobro? Der Geruchssinn eines Schokobos. Na gut, das kennen wir ja schon. Das kennen wir doch schon. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Hm. Well, I still have a faint impression of the scent. Together we can find the beast. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Schnüffel, schnüffel. Na hallo? Schnüffel, schnüffel. Will Red13 eigentlich gerade einfach nicht zugeben, dass der Schokobo eine bessere Nase hat als er? Ist das gerade sein Problem? Schöne, schnüffel. Schöne, schnüffel. Dich! Schöne, schnüffel. Das ist lustig. Ja, ja. Ja, ja, er ist echt zu dürre. Und das ist schon wieder so ein Vieh. Aber ich muss doch auch... Aber ich will auch... Also hier muss irgendwo, hier muss irgendwo noch eine Titan-Höhle sein. Oh, ich habe vergessen, ihn zu analisieren. Nein. Nein. Gib mir ATB. Gib mir ATB. Ach komm, Mann. Shit. Okay. Folge ich jetzt dem Vogel noch? Oder hoch? Ähm. Ähm. Du musst eine Stunde auf deine Bahn warten, oh fuck. Das sagt immer. Lass uns mit der Planeten-Wahne partaken. Oh, es ist gar keine Höhle. Es ist ein... Ding, sie. Lebensstrom. Ach stimmt, die Höhle ist ja mit einem... Ja stimmt, mit dem Leucht... Leuchtstein. Die Eulen, die bringen uns zu diesem Lebensstrom. Sie. Ich laufe lieber, da bin ich... Da fühle ich, fühle ich. Ich denke mir manchmal auch so, ja... Warte ich jetzt eine halbe Stunde auf das blöde Ding oder laufe ich einfach 20 Minuten nach Hause? So, aber jetzt wieder die Fährte aufnehmen. Oder habe ich jetzt die Fährte... Ah ne, wir haben sie noch. Da. Oh, hier ist auch, äh... Habe ich die schon? So, kleiner. So, das ist auch wieder erledigt. Wo geht's lang? Scheint aber doch ein größeres Vieh zu sein, wenn das von da oben so runterspringen kann. Oh, oh. Da. Da. Das ist siegge die Bestie. Du, 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 du. Das ist doch nicht so groß. Da. Du, 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 du. Du, 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 Du. Du, 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 du. Du, 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 du. Geh. Let's go. Grimwolf Die Bestia sammelt im Verlauf des Kampfes Energie und wird dadurch stärker. Wenn du ihr Schaden zufügst oder ihre Angriffe blockst, verliert sie diese Energie jedoch wieder und wird schockanfällig. Okay. Let's do it. Have it with me. Ready! Whatever. Whatever. Well struck. That was not natural. Ah, okay, jetzt wo ich diese Fertigkeit bei ihr gemacht habe, die die Windsachen erhöht, steht da jetzt unten links, seht ihr das? Da steht Aero Alpha. Das heißt, dass es jetzt stärker ist. We will be thrown away. It's all up to you. Honey, hey, you ready? Watch this. Watch this. Get him! And, yeah! So long. Try this. Ungezähmter Aufstand. I need the way. Diese Synchro-Moves, die sehen aber auch geil aus. Muss man wirklich auch sagen. Die sehen wirklich aus wie wie Limit Breaks. Es ist okay. Es ist okay. Keiner ist dir böse. Alles gut. Kein Ei? Ich weiß nicht, warum so ein Wolf überhaupt so ein Nest hat. Das ist auch weird irgendwie. Gibt es hier unten noch irgendwas? Was ist das denn? Oh, hier ist... Achso, das war gar nicht die erste Jagd. Ich dachte, das wäre das Gleiche. Okay. Dann nehmen wir die auch noch mit. Vielleicht war das Nest halt schon da. Und das Vieh dachte sich, jo, ist gemütlich. Ah, da drin. Aber warte, die will ich aber auch nochmal bekämpfen. Da fehlt mir nämlich noch die Analyse. So, jetzt haben wir es. Oh, hier ist es. Geh an! Das ist es! Oh, da ist das wieder Mai! Hey, listen! Hey, listen! Ice! Okay, I have an ice cream. Here! Yora! With Raimi! Let's go! Yora! The data we collect here will aid us in finding a way to reduce their numbers. I believe in you! I'll show you what I can do. I'll show you what I can do. Do you want to have enough? Cut! Cut! This is for you! Get him! Komm schon. Shokan völlig go. You got this under control. Also we weren't completing our combat objectives. Though I suspected it wasn't much of a challenge. Lass dich nicht vergiften. Oh, das habe ich gar nicht gelesen. Oh, okay. Egal. Geschafft. So, was ist das da? Das sieht ja irgendwie sehr speziell aus hier. Will ich da auch hin? Ah, hier ist der Fotospot auch. Okay, erst, erst Fotospot. Christokan, hallo. Das Spiel ist crazy. Wir finden die ganze Zeit neue Sachen. Neue Sachen, die man machen kann. Neuen Content, neue Minigames. Das ist crazy. Und ich bin in der Story eigentlich noch kein bisschen weiter gekommen. Wir spielen seit über drei Stunden. Und ja. Eigentlich bin ich noch kein Stück weiter gekommen. Voll im Explorer Mode, ja. Es macht aber auch mega fun. Ist alles so gut gemacht. Ist da vorne irgendwas? Was da oben sieht doch auch sehr speziell aus. Auch wenn ich da nichts auf der Karte habe. Oh. Schokobro? Es ist so lustig, wie Red da auf dem Schokobro huckt, ey. Ich feiere das extrem. Wo? Ein Ruby. Ist das hier vielleicht eine Schatzsuche? Ne, es ist einfach nur... Es ist einfach nur da. Es existiert einfach nur. So, wo bin ich? Da. Ja, scheiße. Okay, jetzt. Okay, jetzt wo ich halt schon hier bin, laufen wir da hin. Da, da, da. 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 Genau, hier. Queen's Blood, Blut der Königin oder wie auch immer das heißt. Da sind wir auch schon, äh. Richtig krass jetzt. Naja, es geht so. Es geht so. Was ist das denn? Der Wachtturm. Echo. Rote Substanz. Okay. Hm. Ah. Hallo? Was ist das für ein Vieh? Okay, wir sehen auf jeden Fall schon mal an der Außenwand kann man hochklettern. Ich such nach einer Art Loch im Zaun oder so. Aha. Ja. Sind das die Leute? Ne, oder? kin? What are we appreciating? Wenn etwas appreciates, uh, that means it's worth a shitload of kill. Right. Right. Which means we can finally go legit. Just.. Today we're founding... Ich frage mich, ob das diese drei Idioten aus Remakes sind. Und ich nehme an, hier ist zu. Oh, da ist Assassin's Creed. Natürlich sind sie es. Ich würde auch sagen. Ich würde auch. Und es sieht wie viel zu tun. Aber es ist definitiv pulsing mit einer riesigen Art und Weise. Wenn wir es, wir werden in den Lagen gehen. Hey, Cloud. Ist das... Hold on, now you're after our treasure? Well, sucks to be you, we found it! Yeah, we're the only ones who can appreciate it! Hand it over. Now. Ha! You really think that's enough to intimidate the lights of... No, please, it's all yours! This don't hurt us again! My dad! My dad! What you all? We're freaking out! Now listen here, numbnuts, I got a foolproof plan. I call it... Use a decoy! Decoy! Decoy means... So, who's the decoy? All of you! That's who! Oh, it's all over here! It will be decoyed! Wait... Gentlemen, it has been an honor! It's to survive! Meet back at the hideout! Dammit! Decoy's a dad! Do your worst. Come on, do your worst. That hurt? Oh, damn it! Watch a butt and bird. You ok? Fallen stellen!! Okay. Was ist das in der Rage? Das ist schlecht. Sollten wir doch analysieren. So, Butch ist schon mal tot. Mist, den einen kann ich jetzt gar nicht analysieren. Der Bod. Der Bod fehlt mir. Hier kommt er! Achtung? Das ist so, jetzt. Klauch! Klauch! Mein Riebing sind die Proto-Relik ist auf dem Weg. Would you minda-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding? Bandits beat us to it. Oh? I see. Fortunately, I've already ascertained the Proto Relic's destination. Would you mind heading there? Okay... Oh, what the f... Okay... Eigentlich wollte ich ja nicht stangen. Jumped einfach runter. So, das ist auch gelöst. Genau, hier vielleicht noch. Schnell mal ein Kissen. Und... Wir gönnen uns ein Kissen. Es ist halt nicht... Ich dachte, es wäre so ein bequemes Federkissen, aber es ist halt echt so... Einfach nur so ein Tuch. So, genau, das Problem ist, dass ich da hoch muss, irgendwie. Aber... Oh, ich glaube... Ich glaube, es wäre einfacher, wenn ich von hier komme. Jo... Naja, gut, dann kann ich ja auch... Hier mal kurz vorbei. Ich würde auch... Ich glaube, wir können jetzt locker Titan, glaube ich, killen. Weil er hat ja... Er wurde einmal geschwächt schon. Und... Ja... Ich... Wir probieren's mal. Cloud! Hast du es schon gesehen? Evidently... If you notice this... You'll likely find a stop not too far from it. Titan! Titan! Ah, wir können aber... Wir können aber trotzdem nochmal gegen den... Mit voller Stärke können wir auch nochmal kämpfen. Ich probier's nochmal mit voller Stärke, okay? Für... für die Ehre. Für die Ehre. Für die Ehre. Caesst, ein Partner. D vowel ich diesen? , die Ere. Kristin! Schkupp! Wann Égua, du vermulgut? Patsch, 느� er sonst certain momenten... Nein, das ist die Weifu in Ruhe. 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 Nein, das ist die Weifu. Nein, das ist die Weifu. Ungezähmter Aufstand. Und du währenddessen? Ero Alpha. Nice, man. Für die Ehre. Okay, jetzt kommt eine Barriere. Gears Zorn. Ich habe keine Ahnung was es ist, also block ich einfach. Und das ist die Weifu in Ruhe. Und das ist die Weifu in Ruhe. Und das ist die Weifu in Ruhe. Und das ist die Weifu. Und das ist die Weifu in Ruhe. Und das ist die Weifu. 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 Im Moment kann er mich halt nicht killen, außer mit Spells. Hey! Bleib stark und weiter! Leider ist das Ding auch wirklich sehr tankig. So, jetzt ist gleich mein Limit weg, dann kann er mich wieder töten. Also an sich war das aber, das war gut. Ich hab mich gut beschlagen. So, jetzt ist nämlich sein, jetzt ist seine Barriere weg. Aber ich bin jetzt halt auch schon tot. Oh, wobei? Wait a second. Okay, er ist sehr, sehr lange geschockt. Nicht geschockt. Nicht geschockt, aber schockt. Ich geb mal, jetzt hab ich aber auch keine MP mehr. Ja, jetzt kriegt er sein Schild. Ja, okay. Jetzt ist es vorbei. Aber gut. Es war gut. Sorry. Töte mich. Ja, nicht schlecht. Man, ich glaub, wir können's schaffen. Ich glaub, wir können's schaffen. Ich will nicht die abgespeckte Version besiegen. Das ist lame. Moment. Was kann ich denn hier nochmal... Genau, ich kann auf jeden Fall einem... Red wahrscheinlich. Kann ich das neue Ausrüstungsteil geben? Das ist nochmal ein bisschen extra Defense. Verringert erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Ne. Ne. Das ist, glaub ich, nicht wert. So. Jetzt haben wir noch einen Material Slot mehr. Abwehr, Abwehr. TP. Ich könnte ihm noch einen Heal geben. Weil er benutzt ja... Genau, er benutzt seine MP im Moment ja überhaupt nicht. Vielleicht mach ich ihn dann zum Hauptteiler sogar. Sowas hier. Komm schon. I can do it. I can do it. Chadley, shut up. Lass mich kämpfen. Volle Stärke, bitte. Fertig. Ich hab das. Bis zum nächsten Mal. Ich bin hier. Schmeiß dich. Stärkisch. Ich mache das. Bann sich auf den, Center zu kommen. Was für ein Ableises! Let's go. You ready? All done. Here. Let's go. Okay, then. That it? Get him! Here. Quickly. I have to. So, direkt mal den Kreis aufstellen. Let's go. Going in. Disappointing. Got you. How did... Fuck. Yep. I got this. Cut! Back on my feet. All right. Gotcha. Slowly. That's it. Go on. So, it's my turn? Oh, yeah. Why don't we... Keep it together. My turn. My turn. Don't stop. Teach him a lesson. Let's do it. One more shot. It's over. Lend me your strength. Leave the rest to me. I hate this. Oh. Oh, dude. Come on. Come on. Go on. You're up. I'm being... Scratch. Hold the wizard pointing. Together. You're up. Take it over. You're up. Fresh and lush. No more. Huh? 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 Let's take him down. I'll take care of this. Gotta give it my all. Huh? 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 I'm creating terror. It's your turn now. This is it. It's over. Watch out for high wind. Fight at our song. one more. aroma Going in. That's it! Huh? 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 Das ist nicht mein Bestes. Ich komme! Das ist das, was ich. Hey! Es ist deine Aufgabe. Oh, ich hab's nicht gesehen. Oh, vielleicht kann ich ihn rausholen. Vielleicht, vielleicht kann ich ihn rausholen. Oh! Oh Gott, oh Mann, ich hatte keine Zeit zu reagieren, weil die Katze ihn gerade über... Ah, fuck. Das ist schlecht, das ist schlecht. Das ist nicht so schlimm. Ich kann das abholen. Okay. Ich kann das abholen. Alles klar, lass uns das abholen. Alles klar, lass uns das abholen. Jetzt bin ich wahrscheinlich sowieso tot. Ach man, ey. Diese Barriere hat einfach so viel HP. Das ist richtig nervig, da. Wenn ich es schaffe, mit allen drei Charakteren zu überleben, bis die Barriere kaputt ist, dann schaffe ich ihn, glaube ich. Es ist hart, aber es ist möglich. Ich habe ihn. Ich werde die heavens nicht mehr. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Vielen Dank. Ja, das ist, okay. Das hatte ich auch noch nicht. Aber da bin ich wieder. OBS ist crashed. Es war too much. Es war too much für OBS. Die Power von Titan ist einfach zu stark. Aber egal. Da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr seht mich wieder. Zu viel Titan. Das ist echt so. Die Kacke ist, das Spiel ist weitergelaufen. Und ich konnte nicht sehen, was passiert. Das heißt, jetzt bin ich natürlich wieder total gefügelt. Ich bin hier. Danke. Nichts, nichts, nichts Schrei hier. Aufs Maul hier. So, wir legen auf jeden Fall schon mal die Magie-Fress. Ich bin hier. You got this. Do your thing. Do your thing. You're perfect at that. I'll show you what I can do. Shit. Tagging out. Follow my men. I'll show you what I can do. I'll show you what I can do. Finish it. This one's for you. Take him down. I can help you. Can you take over for me? Okay, das ist sehr gut. Limit break mit Aerith. Fetter heal. Let's go. Okay. Okay. Davon weg? Okay, davon weg. Die Zeit kann ich auch nutzen, wo er auflädt, um Cloud zu heilen. Okay. I'm coming. Tagging out. Great. Call him wind. It's on you. I'll take care of them. Get them. Okay, Red hat eine mid-break. Ready when you are. Oh. Mal gucken, ob ich das canceln kann irgendwie. Mondheuler. Äh. Your end is nigh. Bitte tu mir nicht zu viel weh. What the... Warum hat sie mich geblockt? Das war quick. Let's dance, asshole. Das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Ärgerlich. Das wär's gewesen. Ach man, okay, 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 okay. Wir haben es jetzt. Jetzt stürzt mein OBS auch nicht ab und jetzt bestimmt. Jetzt bestimmt, Leute, jetzt bestimmt. Das ist es, das ist jetzt der Versuch. Jetzt klappt es 100%. Disappointe. Wie... Soll ich! Feeding time. Bleed. Do your own. Das war's. Ich zeige dir, was ich tun kann. Ich zeige dir, was ich tun kann? Für die Eremann. Okay, ich brauche dringend Neil. Und? Ich lasse ihn! Der ist für dich! Los geht's! Ich komme! Hallo Cloud! Stopp! 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 With me! Oh! Handy! So did you go! Do you have any Airport in the Scam. Scam. Irgendeine unbekannte Person, die mich anruft auf WhatsApp. Scam. I'll take care of them. I'll get it! And catch! Behold the warrior within! Behold the warrior within them. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Oh nein. So it's my turn? May your wisdom be. Man, das ist schlecht. Das ist schlecht, das ist schlecht. Ich glaube, Cloud ist jetzt tot. Man, ey, das ist halt so viel Schaden. Ich will Neustart. Ich töte mich. Ich will mich wiederholen. Ich weiß es. Ich muss diesen Angriff irgendwie am Ende aushalten, indem ich mich vorher gut genug hochheile. Das ist gar nicht mehr so easy. Der haut halt mega rein, selbst wenn ich blocke. Das ist gut. gut 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 weit hier Let's keep it up. Here it comes. A scratch. It's over here. One more shot. Let's hold that with me. You ready? Finish it. I'll take care of this. Going in. You've got this. Let's do this. There. Don't overdo it. Can you take over for me? Ready when you want. Well struck. Hello. I'm the tank. I'll shoot this beast's potential. No. I'll show you what I can do. Here it comes. Okay. No. Oh. 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 What I want to do. How are you doing? How are you doing? How are you going? Ich muss jetzt schon wieder anfangen zu heilen, sonst reicht's nicht. Äh. Das ist sehr, sehr gut. Okay, das ist super gut. Ich glaube, ich behalte ihr Limit. Bis Titan seine Spezial-Attacke macht. Dann kann ich mich nämlich quasi unverwundbar machen dagegen. Und das hilft dann extrem. Komm doch mal von dieser Frau weg, sag mal! Dreck! Dreck! Ich habe keine Ahnung was er gerade macht, das habe ich noch nie gesehen. Glaube ich. Äh, ja. Äh, okay. Er ist frei anscheinend. Keine Ahnung was gerade abgeht. So, jetzt bin ich gespannt. Ich komme. Es ist Magic Damage. Okay. Ach, es ist Magic Damage. Nichts Personal. Äh. Fühlte mich. Da kann er ja gar nicht mehr. Okay, also es führt nichts dran vorbei. Weil ich muss... Ich muss... Ich muss bei der Attacke, muss ich mich hochheilen. Das ist jetzt nervig. Kann ich hier irgendwie raus? Hahaha. Kann ich irgendwie raus jetzt? TWIEH Hahahaha. Jetzt sieht man gut aus. Vielen Dank, dass du ein Mercenarier bist. Ich mache eine Änderung, eine Änderung. Ich gebe die Heilung an Cloud anstelle von Aerith, dass ich ihre ATB auf jeden Fall für aggressiven Scheiß aufheben kann und er kann da so ein bisschen mitheilen. Okay. Die Sache ist halt, dass ich glaube, ich kann es schaffen. Und ich habe die Befürchtung, dass der Kampf mit dem geschwächten Titan dann schon so easy sein wird, dass es total unbefriedigend ist. Deswegen, ich würde das sehr gerne mit voller Stärke schaffen. Und ich glaube, es ist auch wirklich möglich. Ich muss nur durch diese letzte, durch die ultimative Attacke da, die muss ich überleben. Danach geht es dann rund. Kann ich so eine Barriere kaputt machen? Ich konnte nichts dagegen tun. Ich war gelangt. Ja. Das ist ja schon mal richtig scheiße. Das war's. Get him! That's it! Not enough. That hurt. Go on! Okay, then. Now. Here. What am I doing? What am I doing? Locked er mich da rein? Bitte Block Yes way What the Kind of The last night Come here Titten I'll take this I'm coming Go on It's your turn Let's do disappointing Impressive Let's go I'll take care of them You'll be blown Why don't you Come on Go on Make the most It's your turn now Leave the rest of it You're all Enough One more shot Aaron Get out of it now Scratch Disappointing Impressive Perfect You ready? I'm coming Leave it to me Fight at us Take over I got this Try this Get out of it Going all out You're up Keep it together Here goes Gotta get in my arms Out You've got it Steady You're up You're up You're up Going all out Go for it Let's do this Take home I'll take care of them Da kommt Gaia's Zorn Okay Ich bin gerade am heilen Das ist gut Ich hoffe nur Dass sie jetzt Überlebt 670 Ist nicht viel Bitte lebe Bitte lebe Fuck Fuck Das ist gut Ich bin keine Onnit! Zeit, um die Gelegenheit zu erlösen. Nein, hör auf mit deinem blöden Segen. Wunderschöne. 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 Super! Wunderschöne! Wunderschöne! Basen, Ich muss in Polter! Ich würd' recJacques so gut! Got it. Got you. Got enough? Got it. Okay, jetzt bin ich in der Suche. Ah, okay, ich leb noch. Okay, okay, wunderbar. Ich hab's probiert. Das ist zu gemein mit diesem Damage Output, den er hat, mit diesem Ultra Move und dann noch... Dieses blöde Schild, was der halt so oft spammt. Zeit für die Rache. Get him! Ich hab's probiert. 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 Also, das ist mein Geist? Ich hab's probiert. 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 Das war's. Das war's. Das ist halt genau das, was ich meinte. Das war jetzt irgendwie nicht so satisfying. Das war halt nicht so krass schwer. Der ist jetzt nicht mal dazu gekommen, seinem Gaia's irgendwas zu casten, leider. Ich will das auf jeden Fall nochmal probieren. Ja, aber das, das war jetzt halt, ähm, das war jetzt halt auf der verriegerten, äh, geschwächten Version. Das war nicht die, das war nicht die normale Version, leider. Ich meine, ich schätze, Schwächungsstufe 1 ist immer noch besser als 3, ne, aber volle Stärke würde ich trotzdem gerne irgendwann nochmal machen. Ja? Ich war doch dabei. Ich war doch schon unterwegs, Jetling. Chill doch mal. Chill doch mal. So, erstmal hier Titan reinmachen. Bei wem? Äh... Die Stufe dieser Beschwörer Materia kann durch Kristallanalyse bis auf 4 Sterne verbessert werden. Ich würde gerne wissen, inwiefern das überhaupt geht, also, äh, 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 was für einen Unterschied das macht. S-Pass-Stufe plus 1. S-Pass-Stufe plus 1. Und dann gibt's ganz am Ende noch Felsenwurf gelernt. Ich mach's mal bei Barret rein. Das ist ja... Oh, Moment. Ich, ich will mal gucken, was der für Werte gibt. Oh. Okay, äh, ja, natürlich. Tank. Gibt gute Tank-Werte. Ich glaube, die anderen passen so. Jo. Die Werte habe ich noch so ein bisschen im Kopf aus dem... aus Remake. Also, welcher davon eher Magie gibt und welcher eher physischen Damage gibt. So, warum war ich nochmal hier? Ach so, hier die Quest. Oh, hey, du bist zurück. Wieso sieht denn die eigentlich aus, wie so eine kleine Prinzessin, wenn die hier, äh, eigentlich Farmerin ist? Was ist denn da los? Die Sache ist, ich will einen Flower-Kraunen machen. Mom hat sie immer für uns gemacht. Final Heroin 7-V-Shot, Alter, was? Wie bist du da drauf? Ey, Jan, guck mal hier. Guck mal, was am Start ist. Sure. Der gute alte Kong, Alter. Ich will das auch, denn das Spiel ist so gut. Ich war gestern so überfordert, dass ich gar nicht wusste, wie mir er überhaupt war. Und heute, wo ich das alles so komplett aufgesogen habe. Ich würde, aber es ist ein Gip. Er hat so hart gearbeitet, seit wir uns selbst. Ich wollte, was für ihn für ihn zu tun. Natürlich. Ja, weil ich nicht gesponsert bin. Aber natürlich bin ich gesponsert von Kong. Die haben mitbekommen, dass ich hier Donkey Kong Country gespielt habe. Und da haben die mir direkt den Sponsor gegeben. Und er ist ein Mann? Gerade als Mann müsste ich auch eigentlich Ubu die Waifus sammeln. Really? Du wirst? Die Flower hat auf einer Höhle, die eine große Sicht von Midgar hat. Also ich hätte nichts gegen hier, Ubu. Ich hätte überhaupt nichts gegen, Ubu. Nur um das jetzt nochmal hier so in den Raum zu stellen, ja. Ubu ist gut, Ubu ist live. So. Eigentlich wollte ich ja die ganze Zeit schon hier hin. Du wirst jetzt noch nie jemanden trinken sehen? Dann wird es doch mal Zeit. Unglaublich, mein. Also wenn ich eine Ubu-Partnerschaft hätte, dann würde ich sofort in diesem Moment die Webcam auf kompletten Zoom stellen und einfach mir eine komplette Dose Ubu komplett reinpfeffern einfach. Auf Ex. Clip it and ship it. Photo locations, Alter. Pokemon Snap. Final Fantasy Snap. Sein, das mache ich jetzt. Menü, Foto Modus. cũngik. Musik. Oh, oh, Jets. So, okay. So, okay. So, UW-Sponsor, jetzt. Ich finde es cool, dass die, ähm, dass die Kleidung hier so richtig viele Details auch hat. Und, zum Beispiel, sein Ding sieht halt wirklich aus, als wäre es irgendwie aus Wolle. Man kann sich fast vorstellen, wie sich die Kleidung anfühlt. So richtig im Wald gekommen bin ich heute irgendwie nicht. Da ist noch ein Funkturm. Ähm, bevor ich mich hier weitertraue, will ich echt mal, ja, ich will erst mal, wobei, nee, nee. Wir holen hier noch den Funkturm mit und das da. So. So. The fuck is Dustin? So. 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 Together. Ich habe dich. Ich habe dich. Und... Schrauch. Quickly. Right. Let's go. Let's keep it up. No time to waste. Together. War eigentlich, war der Stream so richtig weg vorhin eigentlich, als OBS gecrashed hat? das? Oder hattet ihr nur dieses Not-like-this-Emoot? Pissen. Uh, should we be worried about those things? We're fine. How can you be so sure? Cause I've read the field guide. Like any good soldier. Attack while on the hunt, or in defense of their territory. Fiends, on the other hand, attack without reason. If they're attacking, what does it matter? What is this? Yes! Zwei. Zwei ist wahrscheinlich hier. Easy peasy. Aber was ist das für ein komischer Pilz? Mogri-Häuser? What the? Mogri-Häuser erinnern von der Form her an große Pilze und werden vom Fabelwesen namens Mogris bewohnt. Du kannst hineinschauen und einen Blick darauf werfen, wie die Mogris leben. Okay. 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 Was ist das für ein komischer Pilz? Was ist das für ein komischer Pilz? Was ist das für ein komischer Pilz? Oh, I'm sorry to say, we aren't open quite yet, and I'm not even sure when we will be. Kubo! 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 Those Mooglets are refusing to come back, and we can't do business without them, Kubo! actually maybe you wouldn't mind helping the movements are having too much fun to come back on their own so I want you to round them up and then we can open up the Emporium and everyone will be happy Kupo fine I'll see what I can do okay Schabernack Stufe 1 okay okay das Haus ist ja okay okay verstehe okay Mocky ab ins Haus shit Junge da bist du im Haus Mosh oder Mosh Pit hat äh stop wuh ein Dach ein Dach wieder neues Minigame herr dach things that kupo now we can finally open the Emporium here you can exchange movie metals for cool stuff we found lying around everything's great I promise Ah, hier kann man die Medaillen einlösen in diesem Spiel. Materia Ohrring. Achso, okay. Das ist also wie, als hätte ich TP-Boost equipped. Plus 30% ist das sogar. Wow. Wow. Und ich habe 10. Ich gebe hier Cloud einfach mal. Klappenpunkte. Okay, okay, okay. Klappenpunkte. 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 Okay. Das sieht doch jetzt schon mal gut aus. Jetzt haben wir quasi hier so naja. Immer noch nicht alles abgegraust. To be honest. Oh. 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 Äh, da drin oder wie? Ah ne, ok, verstehe. Play Arts Action Modell Sitzbank? So, jetzt würde ich dann hier hochgehen und dann hier nochmal das Zeug abgrasen. Und dann haben wir hoffentlich bald die ganzen Sidequests hier fertig. Puh! La 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 la... You got him, did you? And I bet you were a big help to... Ha ha ha! Ha ha! You'll be singing a different tune when you see what I got for you. Here. Don't worry, I didn't forget you. He's got an oil in the way. I heard Broads not feeling so hot. If you swing by a comm again, mind checkin' on him? This stuff here ain't feed for the animals. Da, 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 ah! Da, 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 da. Das Gute bei den Automaten ist auch, man sieht, ob die was im Sonderangebot haben. Wenn da nämlich irgendwas im Angebot ist, dann hat das da so ein gelbes, äh, so ein gelbes, äh, Dings, so einen gelben Ball quasi. Da es das gerade nicht hat, wissen wir. Nichts im Angebot. So ein bisschen Geld sparen will ich auf jeden Fall noch. Ich fühle mich noch nicht so, als hätte ich viel. Waffenstufe 3. Okay. Feuer. Damage. 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 Hey! Hey! Sehr! Let's go! Let's go! Got it! I'm here! You're up! Ready! Let's go! I'm going in! We're up! Get up! Okay! Nothing to it! Let's go! Let's go! Let's go! So! Dann machen wir die noch schnell! Und dann gucke ich schon mal! Zu wem ich euch gleich schieben kann! Wir sind nämlich leider schon wieder am Ende der Zeit angekommen! Die nehm ich aber noch gerne mit! Ah, da ist da der Kleine auch! Ist hier ne Bank in der Nähe? Ah ja da! Perfekt! Ja ihr lieben Leute! Dann sag ich schon mal vielen, vielen Dank! Wir müssen heute ja hier schon leider wieder aufhören! Aber wie vorhin schon gesagt, ich könnte das Spiel ewig weiterspielen! Ich habe so viel Spaß, weil das ist wirklich genau das, was ich in Remake halt befürchtet hatte, dass das zweite Spiel sehr linear wäre oder so! Aber es ist das komplette Gegenteil! Es ist so viel Freiheit einfach da! Und man kann die ganze Zeit rumgehen und Sachen erforschen! Es ist einfach der pure Wahnsinn! Also bisher ist es wirklich alles, was ich mir erhofft habe! Und noch mehr! Also wirklich sehr, sehr geil! So! Genau! Wir raiden heute den guten Ben! Mit dem habe ich in Rostalot zusammen gespielt! Der war nämlich nicht nur Spielleiter, sondern auch Mitspieler! Als der gute Wutereich von Hasselingen! Genau! Da raiden wir mal rüber! Ja! Was soll ich sagen? Ich habe schon alles gesagt! Mega geil! Wir machen auf jeden Fall so schnell es geht wieder weiter! Ich muss aber leider trotzdem für heute weg! Genau! Wir machen gleich noch eine coole Raid Nachricht! Die wir dann da posten können! Und ansonsten, ich wünsche euch einen angenehmen Abend! Wir sehen uns sehr wahrscheinlich direkt auch morgen schon wieder! Und ich freue mich darauf! Mega geiles Spiel! Vielen, vielen Dank Leute! Bis denn! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020